Die Hexe und die Königskinder Mitten in einem Walde wohnte eine alte, schlimme Hexe, ganz allein mit ihrer Tochter, die ein gutes, mildes Kind war und bei der das Sprichwort »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme« nicht zutraf. Der Stamm nämlich war über alle Maßen knurrig, stachlich und häßlich. Wer die Alte sah, ging ihr aus dem Wege und dachte, »Mit der will ich nichts am Hut haben.« Die Alte trug beständig eine grüne Brille und über ihrem Zottelhaar, das ungekämmt ihr vom Kopfe weit herunter hing, einen roten Tuchlappen. Sie ging gern in kurzen Ärmeln, dass ihre dürren, wettergebräunten Arme weit aus dem sie umschlotternden Gewand hervorragten. Auf dem Rücken trug sie für gewöhnlich einen Sack mit Zauberkräutern, die sie im Walde sammelte, und in der Hand einen großen Topf, darin sie dieselben kochte und damit Ungewitter, Hagel und Schlossen, Reif und Frost zu Wege brachte, so oft es ihr belebte. Am Finger trug sie einen Hexenreif von Golde mit einem glühroten Karfunkelstein, mit dem sie Menschen und Tiere bezaubern konnte. Dieser Ring machte die Alte riesenstark und lebenskräftig und machte sie, wenn sie wollte, auch ganz und gar unsichtbar. Da konnte sie hingehen, wo sie wollte, und nehmen, was sie wollte. Und das tat sie auch. Und im Walde suchte sie die Hirschkühe auf. Und wenn die Tiere den Ring sahen und sahen den Stein funkeln, da mußten sie an eine Stelle gebannt stehen bleiben. Und dann ging die Alte zu den Hirschkühen und molk deren Milch in ihren Topf und trank sie mit ihrer Tochter. Diese Tochter hieß Käthchen und hatte es nicht gut bei ihrer bösen Mutter, doch trug sie geduldig alles Leid. Am schmerzlichsten war ihr, dass ihre Mutter manches Mal Kinder mitbrachte, mit denen Käthchen gern gespielt hätte. Allein die Alte nahm immer den Kindern ihre Kleider, sperrte die Kinder ein und fütterte sie mit Hirschmilch, dass sie fett wurden. Und was sie dann mit ihnen vornahm, ist gruselig zu erzählen. Sie verwandelte sie nämlich in Hirschkäbchen und verkaufte diese an Jäger. Die Jäger aber schossen die armen, verwandelten und verkauften Hirschkäbchen tot und lieferten sie in die Stadt, wo die Leute das junge Wildbret gar gern essen. So schlimm und böse war die hässliche Alte. Und da sie den ganzen Tag nichts tat, als zu zaubern und böse Ränke ersinnen und dabei oft und viel laut vor sich hin murmelte, so lernte ihre Tochter Käthchen ihr unvermerkt einige Zauberstücklein ab, die sie ganz im Stillen für sich behielt. Da brachte eines Abends die Alte wieder zwei wunderschöne Kinder geführt, einen Knaben und ein Mädchen. Denen sah man an, dass sie Geschwister waren und reicher Leute Kinder. Beide hatten sich im Walde verirrt, waren von der Alten gefunden und nach ihrem Hause mitgenommen wurden. Und sie hatte ihnen gesagt, sie wolle sie zurück zu den Eltern bringen. Die Kinder sahen sich schrecklich getäuscht, als die Alte ihnen ihre schönen Kleider auszog, ihnen dafür Lumpen anlegte und sie in ein dunkles Kämmerchen einsperrte. Doch bekamen sie einen ganzen Topf voll Hirschmilch zu essen, welche gut schmeckte, und ein Stück schwarzes Brot dazu, welches weniger gut schmeckte, aber endlich doch auch verzerrt wurde. Am anderen Morgen humpelte die Alte schon frühzeitig in den Wald und winkte den Hirschkühen. Da war eine Hirschfamilie, welche die Alte besonders gut kannte und schätzte, bestehend aus dem Herrn Hirsch, der Frau Hirschin und zwei jungen Kälbchen. Die hielten sich immer treulich im Walde zusammen, waren aber doch in steter Furcht vor der bösen Alten, welche machen konnte, dass sie alle stillstehen mussten und mussten sich von der bösen Hexe die Muttermilch nehmen lassen, so daß die Kälbchen sich nicht satt trinken und nicht fett werden konnten. Könnte ich dir nur einmal mein Geweih durch den dürren Leib rennen, dachte oft der Hirsch, und die Hirschin hatte auch keine guten Wünsche für die Alte. Es half aber ihr Wünschen allen beiden nichts. Während die Alte im Walde war, schlich Käthchen zu dem Kämmerlein und sah durch eine Ritze in der Tür die armen, gefangenen Kinder, welche seufzten und weinten in großem Herzeleid. Da fragte Käthchen, Wer seid ihr denn, ihr armen Kinder? Wir sind eines Königskinder. O mache uns frei, mein Vater wird es dir lohnen, sprach der Königsprinz, und meine Mutter auch, sagte die kleine Prinzessin, indem sie hinzufügte, Du sollst auch unsere gute Schwester sein und sollst bei mir im seidenen Bettchen schlafen und ich will dir gar schöne goldene Kleider geben. Hilf uns, hilf uns nur! Da sagte das Käthchen, Seid nur geduldig, liebe Königskinder. Ich will schon zusehen und darauf sinnen, dass ich euch befreie. Am anderen Morgen in aller Frühe machte das gute Käthchen ein Zauberstück. Sie verließ eilig ihr Lager, hauchte hinein und sagte leise, Liebes Bettchen, sprich für mich, bin ich weg, sei du mein Ich. So auch hauchte sie auf ihre Lade, auf die Treppe und auf den Herd in der Küche und sprach das nämliche Sprüchlein. Darauf ging sie an das wohlverwahrte Kämmerlein der Königskinder, hielt eine Springwurzel, welche die Alte auf dem Kannrück liegen hatte, an das Schloss und sagte, Regel, Regel, Regelein, öffne dich, lass aus und ein. Da sprangen gleich Schloss und Regel auf und Käthchen führte alsbald die Königskinder hinweg und in den Wald hinein. Als die Alte aufwachte, rief sie, Käthchen, stehe auf und schüre Feuer an. Da rief es aus dem Bettchen, ich bin schon auf und munter, ich komme gleich in die Küche hinunter. Die Alte blieb nun noch liegen, doch da sie nach einer Weile nichts hörte, rief sie wieder, Käthchen, wo bleibt denn das faule Ding? Gleich, rief es von der Lade, ich sitze auf der Lade und binde das Strumpfband über die Wade. Da nun wieder eine Weile verging und sich im Hause nichts rührte noch regte, so ward die Alte böse und schrie, Käthchen! Balk! Wo bleibst du denn? Da scholl eine Stimme von der Treppe, ich komme schon, ich fliege, ich bin ja schon leibhaftig auf der Stiege. Die Alte beruhigte sich noch einmal, aber nicht gar lange, denn da wieder alles still blieb, so fuhr sie auf und schallt und fluchte. Da rief es vom Herde her, wozu die bösen Flüche, ich bin ja schon am Herd und in der Küche. Gleichwohl blieb es in der Küche und im ganzen Hause totenstill. Jetzt riß der Alten völlig der Geduldsfaden. Sie sprang aus ihrem Bett, fuhr in die Kleider und nahm einen Besenstiel, willens, Käthchen unbarmherzig durchzuprügeln. Aber wie sie hinauskam, war kein Käthchen da, nicht zu sehen, nicht zu hören. Und was das Schönste, für die Alte aber das Schlimmste war, auch die Königskinder waren fort. Jetzt hättet ihr sollen die Hexensprünge sehen, welche die zornige, böse alte Frau machte. Ihr Ring zeigte ihr sogleich die Richtung an, nach welcher Käthchen mit den Kindern geflohen war, und sie raste nun wild hinter ihnen her. Die Kinder aber, als sie in den Wald gekommen waren, hatten dort den Herrn von Edelhirsch, nebst Gemahlin, Sohn und Tochter, angetroffen und dieser Familie in aller Eile ihr Unglück und ihre Flucht erzählt und ihre edlen Herzen mächtig gerührt, so dass sie sich bereit zeigten, ihnen alle mögliche Hilfe angedeihen zu lassen. Die gute Dame Hirsch bot den Kindern ihren Rücken dar, sie alle drei nach dem Königsschlosse zu tragen, das jenseits des Waldes lag, und der Gemahl befahl seinen Kindern, sich in das Dickicht zurückzuziehen. Er selbst stellte sich hinter dichtes Laubgebüsch, nahe am Wege, Willens, die Alte, wenn sie vorbei renne und er ihren Ring nicht sehe, über den Haufen zu stoßen. Es wehrte auch gar nicht lange, so kam die Alte in großen Sprüngen gesetzt, in ihrem Zorn und Eifer vergaß sie ganz unsichtbar sein zu wollen, hielt auch den Finger mit dem Ring nicht empor, und so geschah es, dass plötzlich ein großes und stattliches Hirschgeweih mit ihr in eine sehr verwickelte Berührung kam, bei welcher eines der Enden des Geweihes mit Gewalt den Finger der Alten so streifte, daß der Zauberring vom Finger herabging und sich auf dem Ende feststeckte. Und ehe sich's einer versah, so hatte der Hirsch die alte Hexe aufgegabelt, die nun durch des Ringes Kraft selbst starr und steif wurde, und trug sie in gestrecktem Lauf der Fährte nach, welche die gute Hinde, seine Gemahlin im tauigen Grase zurückgelassen. Diese war indes mit den drei Kindern bereits im Königsschloss angekommen, und von dem König und der Königin waren die verlorenen Kinder und das gute Kädchen, das sie gerettet, mit großer Freude empfangen wurden, als sie plötzlich alle mit großer Verwunderung die Alte auf dem Geweih des stattlichen Edelhirsches sitzend und getragen daher schweben sahen. Der Hirsch aber sprang ohne Säumen in den Schloßteich und tauchte mit dem Kopfe unter. Als er wieder auftauchte, war sein Geweih frei von der Last, aber auch der Zauberring blieb im Grunde. Hirsch und Hirschin kehrten zu ihrem Walde und zu ihren Kindern zurück und waren sehr froh, dass ihnen nun niemand mehr ihre Milch nahm. Kädchen aber blieb bei den Königskindern und schlief in einem seidenen Bettchen und trug goldene Kleidchen und wurde selbst gehalten wie ein Königskind. Das hässliche junge Entlein Draußen auf dem Land war es herrlich. Es war Sommer, gelb stand das Korn, grün der Hafer. Auf den Wiesen drunten war das Heu auf Haufen aufgesetzt, und da spazierte der Storch auf seinen langen roten Beinen und klapperte ägyptisch, denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt. Große Wälder erstreckten sich rings um den Acker und die Wiesen, und mittendrin lagen tiefe Seen. Oh, es war herrlich da draußen auf dem Land. Mitten im warmen Sonnenschein lag da ein alter Herrenhof, von tiefen Kanälen umgeben, und von dessen Mauern an bis hinab zum Wasser wuchsen grüne Klettenstauden, die so hoch waren, daß unter den größten ihrer Blätter kleine Kinder aufrecht stehen konnten. Es war so wild hier wie im tiefsten Wald. Da saß eine Ente in ihrem Nest auf ihren Eiern. Aber sie war nun schon ein wenig verdrießlich, weil es gar so lange dauerte, bis die Jungen ausschlüpften und sie nur selten Besuch bekam. Die anderen Enten schwammen lieber auf den Kanälen umher, anstatt bei ihr unter einem Klettenblatt zu sitzen und mit ihr zu plaudern. Endlich platzte ein Ei nach dem anderen. Piep, piep, erklang es. Alle Eidotter waren lebendig geworden und streckten die Köpfchen heraus. Rapp, rapp, eilt, eilt, rief die alte Ente. Und da rappelten und beeilten sich die Jungen aus Leibeskräften und guckten unter den grünen Blättern nach allen Seiten umher. Die Mutter ließ sie sich umschauen, so viel sie wollten, denn das Grün ist gut für die Augen. Ach, wie groß ist die Welt, sagten alle Jungen. Jetzt hatten sie freilich ganz anders Platz, als da sie noch drinnen im Ei lagen. Meint ihr, das sei die ganze Welt, sagte die Mutter. Oh nein, sie erstreckt sich noch weit über die andere Seite des Gartens hin, ja bis an den Zaun des Pfarrers. Dort bin ich freilich noch nie gewesen. Nun seid ihr wohl alle da, fügte sie hinzu und erhob sich. Ach nein, es sind noch nicht alle. Das größte Ei liegt immer noch da. Wie lang soll denn das noch dauern? Nun habe ich es wirklich bald satt. Darauf setzte sie sich wieder. Nun, wie geht's? fragte eine alte Ente, die sie besuchen kam. Mit dem einen dauert es gar so lange, sagte die brütende Ente. Es zeigt sich noch immer kein Loch darin. Aber sieh dir nur die anderen an. Das sind wirklich die niedlichsten Entlein, die ich je gesehen habe. Sie sehen alle ihrem Vater gleich. Der Bösewicht, er besucht mich nicht einmal. Lass mich doch das eine sehen, das nicht platzen will, erwiderte die Alte. Oh, das ist ein Putenei. Du kannst dich darauf verlassen. So bin ich auch einmal angeführt worden und hatte meine liebe Not mit den Jungen, denn sie fürchteten sich vor dem Wasser. Ich konnte sie gar nicht hereinbringen, so viel ich auch rappte und schnappte. Es half alles nichts. Lass mich doch einmal das eine sehen. Jawohl, das ist ein Putenei. Lass es nur liegen und lehre lieber deine anderen Kinder schwimmen. Ein Weilchen will ich noch darauf sitzen bleiben, entgegnete die Ente. Habe ich nun so lange gesessen, so kommt es auf ein Weilchen auch nicht mehr an. Ganz nach Belieben, sagte die Alte Ente und darauf verabschiedete sie sich. Endlich platzte das große Ei. Piep, piep, sagte das Junge und kroch heraus. Es war sehr groß und auffallend hässlich. Die Alte Ente betrachtete es. Das ist ja ein schrecklich großes Entlein, sagte sie. Keines von den anderen sieht so aus. Sollte es wirklich eine junge Pute sein? Nun, das werden wir bald sehen. Ins Wasser muss es. Und wenn ich es selbst hineinstoßen müsste. Am nächsten Tag war herrliches Wetter. Die Sonne strahlte hell auf all die grünen Kletten. Die Entleinmutter erschien mit ihrer ganzen Familie am Kanal. Platsch sprang sie ins Wasser. Rapp, rapp, rief sie und ein Entlein nach dem anderen plumpste hinein. Das Wasser schlug über ihnen zusammen. Aber sie tauchten gleich wieder auf und schwammen nun stolz dahin. Die Beinchen bewegten sich von selbst und alle waren lustig und vergnügt im Wasser. Selbst das hässliche graue Junge schwamm mit. Nein, das ist keine Pute, sagte die alte Ente. Man braucht nur zu sehen, wie hübsch es die Beine gebraucht und wie gerade es sich hält. Nein, es ist mein eigenes Kind. Eigentlich ist es ganz hübsch, wenn man es genau betrachtet. Rapp, rapp, kommt jetzt mit mir. Dann werde ich euch in die Welt einführen und euch im Entenhofe vorstellen. Aber haltet euch immer in meiner Nähe, damit euch niemand tritt und nehmt euch besonders vor der Katze in Acht. So kamen sie auf den Entenhof. Drinnen war ein schrecklicher Lärm, denn es waren zwei Familien da, die sich um einen Aalkopf stritten, den dann schließlich doch die Katze ergatterte. Seht, so geht es in der Welt zu, sagte die Entenmutter und wetzte ihren Schnabel, denn sie hätte den Aalkopf auch gern gehabt. Nun gebraucht eure Beine, seht zu, dass ihr euch beeilt und neigt den Hals vor der alten Ente dort. Sie ist die vornehmste von allen hier. In ihren Adern rollt spanisches Blut, deshalb ist sie so steif und dick. Wie ihr seht, trägt sie einen roten Lappen um das Bein. Das ist etwas besonders Schönes und die höchste Auszeichnung, die einer Ente zuteil werden kann. Es bedeutet, dass man sie nicht verlieren will und dass sie von den Tieren und Menschen gleich erkannt werden soll. Rappelt euch, beeilt euch, setzt die Füße nicht einwärts. Ein wohlerzogenes Entlein, setzt die Füße auswärts, gerade wie Vater und Mutter. Seht, so, und nun neigt eure Hälse und sagt, Rapp, das taten die jungen Entlein. Aber die anderen Enten ringsumher betrachteten sie und sprachen, Ei, ei, nun sollen wir diese Sippschaft auch nach ihr haben, als ob wir nicht vorher schon genug gewesen wären. Pfui, wie sieht das eine Entlein aus? Das wollen wir nicht unter uns dolden. Und sogleich flog eine Ente hin und biss es in den Nacken. Lasst es in Ruhe, sagte die Mutter. Es tut ja niemand was zu leid. Ja, aber es ist zu groß und seltsam, erwiderte die Ente, die es gebissen hatte. Und deshalb muss es gepufft werden. Ihr habt ja recht hübsche Kinderchen, Mütterchen, sagte die alte Ente mit dem Lappen um den Fuß. Sie sind alle recht hübsch, mit Ausnahme des einen. Das ist missglückt. Ich wollte, ihr könntet das noch einmal ausbrüten. Das geht nicht, Irognaden, sagte die Entenmutter. Es ist allerdings nicht hübsch, aber es hat ein sehr gutes Herz und schwimmt ebenso gut wie die anderen. Ja, fast noch besser. Ich denke, es wird mit der Zeit schon in seine Größe hineinwachsen. Es hat nur zu lange im Ei gelegen und deshalb die rechte Gestalt noch nicht bekommen. Dabei zupfte sie es im Nacken und kletterte sein flaumiges Gefieder. Übrigens ist es ein Enterich und da schadet es nicht so viel, fuhr sie fort. Ich denke, es wird besonders kräftig werden und dann schlägt es sich schon durch. Eure anderen Kinder sind ja recht niedlich, sagte die alte Ente. Tut nun ganz, als ob ihr zu Hause wäret, wandte sie sich an die Entlein. Und wenn ihr einen Aalkopf findet, könnt ihr ihn mir bringen. So waren sie nun zu Hause auf dem Entenhof. Aber das arme Entlein, das zuletzt aus dem Ei gekrochen und so hässlich war, wurde gebissen, gepufft und von den Enten wie von den Hühnern gehänselt. Es ist zu groß, sagten sie einstimmig. Und der Puterhahn, der mit Sporen auf die Welt gekommen war und sich deshalb einbildete, er sei ein Kaiser, bliesig wie ein Schiff mit vollen Segeln auf, ging gerade auf das arme Entlein zu und dann kollerte er und bekam einen feuerroten Kopf. Das hässliche Entlein wusste nicht, wo es stehen oder gehen sollte. Es war tief betrübt, dass es so hässlich aussah und von dem ganzen Entenhof verspottet wurde. So ging es am ersten Tag und später wurde es immer schlimmer. Das arme Entlein wurde von allen gejagt. Selbst seine Geschwister waren unartig gegen es und sagten immer, wenn dich nur die Katze holen würde, du hässliches Ding! Ja, selbst die Mutter seufzte. Wärest du nur weit fort. Die Enten bissen es, die Hühner hieben mit dem Schnabel auf es ein und die Magd, die die Tiere fütterte, stieß es mit dem Fuß weg. Da lief es fort und flog über den Zaun, wo die Vöglein erschrocken von den Büschen auflogen. Ach, auch daran ist meine Hässlichkeit schuld, dachte das Entlein und kniff die Augen zusammen, lief aber trotzdem weiter. So gelangte es bis zu dem großen Moor, wo die Wildenten wohnten. Hier lag es die ganze Nacht hindurch, denn es war sehr müde und kummervoll. Gegen Morgen flogen die Enten auf und entdeckten den neuen Kameraden. Was bist du denn für ein Landsmann? fragten sie, und das Entlein drehte sich und grüßte nach allen Seiten, so gut es konnte. Du bist ja schrecklich hässlich, sagten die Wildenten, aber das ist uns einerlei, wenn du nur nicht in unsere Familien hinein heiratest. Ach, das arme Entlein dachte wahrlich nicht ans heiraten. Es war ganz zufrieden, wenn es nur die Erlaubnis erhielt, im Schilf zu liegen und Moorwasser zu trinken. Schon zwei Tage hatte es nun dargelegen, als zwei Wildgänse oder vielmehr Gänseriche dorthin kamen. Sie waren noch nicht lange aus dem Ei gekrochen und deshalb etwas vorlaut. Höre, Kamerad, du bist so hässlich, dass du uns gerade dadurch gefällst. Willst du zu uns halten und Zugvogel sein? Hier ganz in der Nähe, in einem anderen See wohnen einige allerliebste Wildgänschen, lauter Fräulein, die reizend Rap-Rap sagen können. Dort kannst du vielleicht dein Glück machen, so hässlich du auch bist. Piff-Paff knallte es plötzlich und die beiden Wildgänseriche fielen tot ins Schilf und das Wasser färbte sich ringsherum blutrot. Piff-Paff knallte es abermals und ganze Scharen wilder Gänse flogen aus dem Schilfe auf. Wieder und wieder knallte es. Es war große Jagd. Die Jäger lagen rings um das Moor herum. Ja, einige saßen oben in den Baumzweigen, die sich weit über das Röhricht hinstreckten. Der blaue Pulverdampf zog wie Wolken in die dunklen Bäume hinein und weit über das Wasser hin. Nun kamen die Jagdhunde. Platsch, Platsch ging es ins Rohr hinein. Schilf und Rohr neigten sich nach allen Seiten. Welch ein Schrecken für das arme Entlein. Es drehte den Kopf, um ihn unter die Flügel zu stecken. Aber in demselben Augenblick stand ein fürchterlich großer Hund vor ihm. Die Zunge hing ihm lang aus dem Hals heraus und seine Augen funkelten entsetzlich. Er berührte das Entlein fast mit der Schnauze, wies seine scharfen Zähne und Platsch, Platsch zog er sich wieder zurück, ohne es zu packen. Gott sei Dank, seufzte das Entlein. Ich bin so hässlich, dass mich selbst der Hund nicht beißen mag. So lag es denn ganz still, während die Schrotkörner durch das Schilf sausten und Schuss auf Schuss knallte. Erst am späten Nachmittag wurde es ringsum ganz still, aber selbst dann wagte das arme Entlein noch nicht, sich zu erheben. Es wartete noch mehrere Stunden, ehe es sich umschaute und dann eilte es so schnell es konnte aus dem Moor fort. Es lief über Wiesen und Felder und dabei war ein solcher Sturm, dass es kaum vorwärts kommen konnte. Gegen Abend erreichte es ein ärmliches Bauernhäuschen, das so baufällig war, dass es selbst nicht wusste, nach welcher Seite es fallen sollte und deshalb blieb es stehen. Aber nun brauste der Sturm draußen um das Entlein, dass es sich setzen musste, um Widerstand zu leisten, und es wurde immer noch schlimmer. Da bemerkte das Entlein, dass die Türe aus einer Angel herausgehoben war, und nun so schief hing, dass es gerade durch die Spalten in die Stube hineinschlüpfen konnte. Und das tat es. Hier wohnte eine alte Frau mit ihrer Katze und ihrer Henne. Die Katze, die sie Söhnchen nannte, konnte einen grummen Buckel machen und schnurren. Ja, sie konnte sogar Funken sprühen, wenn man ihrem Dunkeln gegen die Haare strich. Das Huhn hatte kleine niedrige Beine und wurde deshalb Hinkebeinchen genannt. Sie legte fleißig Eier. Die Frau liebte die Tiere wie ihre eigenen Kinder. Am nächsten Morgen bemerkte man sogleich das fremde Entlein. Die Katze begann zu schnurren und das Huhn zu klucksen. Was ist das? rief die Frau und schaute sich um. Da sie aber nicht gut sah, hielt sie das Entlein für eine fette Ente, die sich verirrt habe. Das ist ja ein seltener Fang, sagte sie. Nun kann ich Enteneier bekommen, wenn es nur kein Enterich ist. Das müssen wir er er so wurde das Entlein für drei Wochen auf Probe genommen. Aber es kamen keine Eier. Übrigens war hier die Katze der Herr im Hause und das Huhn die Frau. Beide sagten stets Wir und die Welt, denn sie glaubten, sie seien die eine Hälfte und natürlich der bessere Teil. Dem Entlein kam es freilich hier und davor, als ob man auch anderer Meinung sein könne. Aber das duldete das Huhn nicht. Kannst du Eier legen? fragte sie. Nein. Nun, dann halte auch deinen Mund. Und die Katze sagte, Kannst du einen krummen Bokel machen? Kannst du schnurren? Kannst du Funken sprühen? Nein. Dann darfst du auch keine eigene Meinung haben, wenn vernünftige Leute reden. Das Entlein saß im Winkel und war schlechter Laune. Unwillkürlich dachte es an die freie Luft und den Sonnenschein. Und da bekam es eine so eigentümliche Lust, auf dem Wasser zu schwimmen, dass es zuletzt nicht mehr schweigen konnte, sondern mit der Henne darüber sprach. Was fällt dir ein? sagte diese. Du hast nichts zu tun. Deshalb kommst du auf so sonderliche Grillen. Lege Eier oder Schnurre. Dann gehen sie vorüber. Aber es ist herrlich auf dem Wasser zu schwimmen, sagte das Entlein. Herrlich unterzutauchen und das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen. Ja, das muss wirklich ein großes Vergnügen sein, sagte die Henne spöttisch. Bist du denn verrückt geworden? Frage einmal die Katze. Sie ist die klügste, die ich kenne. Ob es ihr so angenehm vorkommt, auf dem Wasser zu schwimmen oder unter zu tauchen. Von mir selbst will ich gar nicht reden. Oder frage unsere Herrschaft, die alte Frau. Sie ist die klügste auf der ganzen Welt. Meinst du, sie hätte Lust zu schwimmen oder sich das Wasser über dem Kopf zusammenschlagen zu lassen? Ihr versteht mich nicht, sagte das Entlein. Wenn wir dich nicht verstehen, wer soll dich dann verstehen? Du wirst doch nicht klüger sein wollen als die Katze und die Frau. Von mir selbst gar nicht zu reden. Ziere dich nicht mein Kind, sondern danke deinem Schöpfer für all das Gute, das man dir erwiesen hat. Hat man dich nicht in eine warme Stube und und einen Familien aufgenommen, von dem du etwas lernen kannst. Aber du bist ein Faselhans und es ist keine Freude mit dir umzugehen. du du mir glauben, denn ich meine es gut mit dir. Ich tadele dich offen und daran erkennt man seine wirklichen Freunde. Gib dir nur recht Mühe, dass du Eier legen oder schnurren oder Funken sprühen lernst. Ich denke, ich will in die weite Welt hinaus, sagte das Entlein. Ja, das tue nur, entgegnete das Huhn. Darauf ging das Entlein fort. Es schwamm auf dem Wasser, es tauchte unter, aber von allen Tieren wurde es wegen seiner Hässlichkeit übersehen. Nun wurde es Herbst, die Blätter im Wald wurden gelb und braun, der Sturm entführte sie und wirbelte sie umher. Die Kälte nahm überhand. Schwere Wolken hingen am Himmel und auf dem Zaune stand ein Rabe und schrie und vor lauter Kälte. Ja, es fror einen schon, wenn man nur daran dachte. Dem armen Entlein ging es wirklich nicht gut. Eines Abends die Sonne ging gerade wunderschön unter kam ein Schwarm großer prächtiger Vögel, wie sie das Entlein noch nicht gesehen hatte, aus dem Gebüsch hervor. Sie waren blendend weiß und hatten lange geschmeidige Hälse. Es waren Schwäne, sie stießen einen sonderbaren Laut aus, erhoben ihre prächtigen großen Schwingen und flogen aus der kalten Gegend fort, nach den warmen Ländern, nach offenen Seen. Sie stiegen so hoch, so hoch, dass dem hässlichen jungen Entlein ganz merkwürdig dabei zumute wurde. Wie ein Rad drehte es sich im Wasser herum, streckte den Hals nach ihnen aus und stieß einen so eigentümlichen Schrei aus, dass es sich ordentlich vor sich selber fürchtete. Es konnte die herrlichen glücklichen Vögel nicht vergessen, und als es sie nicht mehr erblicken konnte, tauchte es bis auf den Grund unter und war, als es wieder empor kam, ganz erregt und verwirrt. Zwar wusste es nicht, wie die Vögel hießen, noch wohin sie zogen, aber es hatte sie so innig lieb gewonnen, wie nie jemand zuvor. Gleichwohl fühlte es keinen Neid, wie hätte ihm auch einfallen können, sich eine solche Schönheit zu wünschen. Es wäre schon froh gewesen, wenn es die Enten unter sich geduldet hätten, das arme hässliche Tier. Es wurde ein bitter kalter Winter. Das Entlein musste unermüdlich im Teich umher schwimmen, um das Einfrieren zu verhindern. Aber jede Nacht wurde das Loch, in dem es schwamm, kleiner und kleiner. Es war so kalt, dass die Eisdecke knirschte und krachte, und das Entlein musste fortwährend die Beine gebrauchen, damit das Loch sich nicht völlig schloss. Endlich war es völlig erschöpft, lag ganz still da und froh so im Eise fest. Am nächsten Morgen kam ein Bauer vorbei und er gewahrte das arme Tier. Er ging hin, zerschlug das Eis mit seinem Holzschuh, nahm das Entlein heraus und trug es heim zu seiner Frau. Da lebte es wieder auf. Die Kinder wollten mit ihm spielen, aber das Entlein glaubte, sie wollten ihm ein Leid zufügen und fuhr in der Angst gerade in die Milchschüssel, sodass die Milch in der Stube herumspritzte. Die Frau schlug entsetzt die Hände zusammen und nun flog das Entlein zuerst in das Butterfass, dann von hier in die Mehltonne hinein und dann wieder in die Höhe. Oh weh, wie sah es aus. Die Frau schrie, und schlug mit der Feuerzange nach ihm. Die Kinder rannten einander über den Haufen, lachten und lärmten. Zum Glück stand die Türe offen, so konnte sich das Entlein zwischen die Sträucher in den frisch gefallenen Schnee hinaus retten, und da lag es nun zum Tode erschöpft. Aber es wäre wirklich zu traurig, all die Not und das Elend zu erzählen, die das Entlein in dem harten schulden musste. Es lag zwischen dem Schilf im Moor, als die Sonne wieder zu scheinen begann, als die Lärchen sangen und es Frühling wurde. Da konnte es mit einem Mal seine Flügel ausbreiten, stärker rauschten sie als je zuvor und trugen es kräftig von dannen. Und ehe das Entlein recht wusste, wie ihm geschah, befand es sich in einem großen Garten, wo die Apfelbäume in voller Blüte standen, wo die Fliedersträucher dufteten und ihre langen grünen Zweige über die sich sanft dahinschlängelnden Bäche und Kanäle ausstreckten. Oh, wie schön war es hier, wie Lenzes frisch! Und gerade vor ihm kamen aus dem Dickicht drei große schöne Schwäne angeschwommen. Sie rauschten mit ihren Flügeln und glitten leicht und anmutig über das Wasser hin. Das Entlein erkannte die prächtigen Tiere und wurde von einer eigentümlichen Traurigkeit ergriffen. Ich will zu ihnen hinfliegen, zu diesen königlichen Vögeln. Sie werden mich freilich totbeißen, weil ich das hässlichste Tier es wage mich ihnen zu nähern, aber meinetwegen besser von ihnen getötet als von den Enten gezwickt, von den Hühnern gepickt, von der Hühner Magd gestoßen zu werden und im Winter Mangel leiden zu müssen. Damit flog es auf das Wasser und schwamm den prächtigen Tieren entgegen. Als diese das Entlein erblickten, schossen sie mit gesträubten Federn darauf los. Ja, tötet mich nur, sagte das arme Tier, senkte den Kopf auf den Wasserspiegel und erwartete den Tod. Aber was erschaufte es in dem klaren Wasser? Es sah unter sich sein eigenes Bild. Allein es war kein plumper, schwarzer, hässlicher Vogel mehr. Es war selbst ein Schwan. Es tut nichts, in einem Entenhofe geboren zu sein, wenn man nur in einem Schwadenei gelegen hat. Nun fühlte es sich förmlich glücklich über all die Not- und Drangsale, die es ausgestanden hatte. Nun verstand es erst sein Glück und die Herrlichkeit, die es überall begrüßte, recht zu schätzen. Und die großen Schwäne umschwammen es und streichelten es mit ihren Schnäbeln. Nun kamen einige kleine Kinder in den Garten. Sie warfen Brot und Korn in das Wasser und das Jüngste rief da ist ein neuer da jubelten die anderen Kinder mit ja es ist ein neuer angekommen sie klatschten in die Hände tanzten umher und holten Vater und Mutter herbei es wurde Brot und Kuchen in das Wasser geworfen und sie sagten alle der neue ist der schönste so jung und majestätisch und die alten Schwäne neigten sich vor ihm da fühlte sich der junge Schwan ganz beschämt und verbarg den Kopf unter den Flügeln es war ihm so sonderbar zumute er wusste selbst nicht wie er war allzu glücklich aber durchaus nicht hochmütig denn ein gutes Herz wird nie und nie mals hochmütig er dachte daran wie er verfolgt und verhöhnt worden war und dass nun alle sagten er sei der schönste von allen schönen Vögeln die Flieder Sträucher neigten ihre Zweige zu ihm ins Wasser herunter und die Sonne schien warm und herrlich da sträubte er sein Gefieder er hob den schlanken Hals und jubelte aus vollem Herzen so viel Glück hätte ich mir nicht träumen lassen als ich noch das hässliche Entlein war schlanken 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 Musik Der Schneemann Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt, sagte der Schneemann. Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen und wie die Glühende dort klotzt. Er meinte die Sonne, die gerade im Untergehen begriffen war. »Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen. Ich werde schon die Stückchen festhalten.« Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf. Sein Mund bestand aus einem alten Rechen, folglich hatte sein Mund auch Zähne. Geboren war er unter dem Jubelruf der Knaben, begrüßt vom Schellengeläut und Peitschenknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund, groß, klar und schön in der blauen Luft. »Da ist sie wieder von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann. Damit wollte er sagen, »Die Sonne zeigt sich wieder.« »Ich habe ihr doch das Glotzen abgewöhnt. Mag sie jetzt dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann.« »Wüßte ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen. Wenn ich es könnte, würde ich jetzt dort unten auf dem Eis hingleiten, wie ich die Knaben gleiten gesehen habe. »Allein, ich verstehe mich nicht darauf. Weiß nicht, wie man läuft.« »Weg, weg«, wählte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser und konnte nicht mehr das echte Wauwau aussprechen. Die Heiserkeit hatte er sich geholt, als er noch Stubenhund war und unter dem Ofen lag. »Die Sonne wird dich schon laufen leeren. Das habe ich vorigen Winter an deinem Vorgänger und noch früher an dessen Vorgänger gesehen. Weg, weg! Und weg sind sie alle!« »Ich verstehe dich nicht, Kamerad«, sagte der Schneemann. »Die dort oben soll mich laufen leeren.« »Ja, laufend hat sie freilich vorhin, als ich sie fest ansah. Jetzt schleicht sie heran von einer anderen Seite.« »Du weißt gar nichts«, entgegnete der Kettenhund. »Du bist aber eben erst aufgekleckst worden. Der, den du da siehst, das ist der Mond. Die, welche vorhin davon gegangen ist, das war die Sonne. Die kommt morgen wieder. Die wird dich schon leeren, in den Wallgraben hinabzulaufen. Wir kriegen bald anderes Wetter. Ich fühle es schon in meinem linken Hinterbein. Es sticht und schmerzt. »Das Wetter wird sich ändern.« »Ich verstehe ihn nicht«, sagte der Schneemann. »Aber ich habe es im Gefühl, dass es etwas Unangenehmes ist, was er spricht. Sie, die so klotzte und sich als dann davon machte, die Sonne, wie er sie nennt, ist auch nicht meine Freundin. Das habe ich im Gefühl.« »Weg, weg«, bellte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und kroch dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Gegen Morgen lag ein dicker, feuchter Nebel über der ganzen Gegend. Später kam der Wind. Ein eisiger Wind. Das Frostwetter packte einen ordentlich. Aber als die Sonne aufging. Welche Pracht! Bäume und Büsche waren mit Reif überzogen. Sie klichen einem ganzen Wald von Korallen. Alle Zweige schienen mit strahlend weißen Blüten über und über besät. Die vielen und feinen Verästelungen, die der Blätterreichtum während der Sommer zeigt, verbirgt, kamen jetzt alle zum Vorschein. Es war wie ein Spitzengewebe, glänzend weiß. Aus jedem Zweig strömte ein weißer Glanz. Die Hängebirke bewegte sich im Wind. Sie hatte Leben wie alle Bäume im Sommer. Es war wunderbar und schön. Und als die Sonne schien. Nein! Wie flimmerte und funkelte das Ganze. Als läge Diamantenstaub auf allem. Und als flimmerten auf dem Schneeteppich des Erdbodens die großen Diamanten. Oder man konnte sich auch vorstellen, dass unzählige kleine Lichter leuchteten. Weißer selbst als der weiße Schnee. Das ist wunderbar schön, sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten trat. Beide blieben in der Nähe des Schneemanns stehen und betrachteten von hier aus die flimmernden Bäume. Einen schöneren Anblick gewährt der Sommer nicht, sprach sie, und ihre Augen strahlten. Und so einen Kerl wie diesen hier hat man im Sommer erst recht nicht, erwiderte der junge Mann. Und zeigte auf den Schneemann. Er ist hübsch. Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und tanzte darauf mit ihrem Freund über den Schnee dahin, der unter ihren Schritten knarrte und pfiff, als gingen sie auf Stärkemehl. Wer waren die beiden? fragte der Schneemann. Liebesleute, gab der Kettenhund zur Antwort. Sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen am Knochen nagen. Weg, weg! Sind denn die beiden auch solche Wesen wie du und ich? fragte der Schneemann. Die gehören ja zur Herrschaft, versetzte der Kettenhund. Freilich weiß man sehr wenig, wenn man den Tag zuvor erst zur Welt gekommen ist. Ich merke es dir an. Ich habe das Alter, auch die Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Haus. Und auch eine Zeit habe ich gekannt. Da lag ich nicht hier in der Kälte und an der Kette. Weg, weg! Die Kälte ist herrlich, sprach der Schneemann. Erzähle, erzähle! Aber du darfst nicht mit den Ketten rasseln. Es knackt in mir, wenn du das tust. Weg, weg! bellte der Kettenhund. Ein kleiner Junge bin ich gewesen. Klein und niedlich, sagte man. Damals lag ich auf einem mit Samet überzogenen Stuhl dort oben im Herrenhaus. Im Schoß der obersten Herrschaft. Mir wurde die Schnauze geküsst. Und die Pfoten wurden mir mit einem gestickten Taschentuch abgewischt. Ich hieß Ami. Lieber Ami, süßer Ami. Aber später wurde ich ihnen dort oben zu groß. Und sie schenkten mich der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst dorthin hinunterschauen, wo ich Herrschaft gewesen bin. Denn das war ich bei der Haushälterin. Es war zwar ein geringerer Ort als oben, Aber er war gemütlicher. Ich wurde nicht in einen Fort von Kindern angefasst und gezerrt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher. Ja, besseres noch. Ich hatte mein eigenes Kissen. Und ein Ofen war da. Der ist um diese Zeit das schönste der Welt. Ich ging unter den Ofen, konnte mich darunter ganz verkriechen. Ach, von ihm träume ich noch. Weg, weg! Sieht denn ein Ofen so schön aus? Fragte der Schneemann. Hat er Ähnlichkeit mit mir? Der ist gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Der frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muss sich an der Seite von ihm halten, dicht daneben, ganz unter ihm. Da ist es sehr angenehm. Durch das Fenster wirst du ihn sehen können, von dort aus, wo du stehst. Und der Schneemann schaute danach und gewahrte einen blank polierten Gegenstand mit Messingner Trommel. Das Feuer leuchtete von unten heraus. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Es überkam ihn ein Gefühl. Er wusste selber nicht welches. Er konnte sich keine Rechenschaft darüber ablegen. Aber alle Menschen, wenn sie nicht Schneemänner sind, kennen es. Und warum verließest du sie? Fragte der Schneemann. Er hatte es im Gefühl, dass es ein weibliches Wesen sein musste. Wem konntest du nur einen solchen Ort verlassen? Ich musste wohl, sagte der Kettenhund. Man warf mich zur Tür hinaus und legte mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Junker ins Bein gebissen, weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte. Knochen um Knochen, so denke ich. Das nahm man mir aber sehr übel. Und von dieser Zeit an bin ich an die Kette gelegt worden und habe meine Stimme verloren. Hörst du nicht, dass ich heiser bin? Ich kann nicht mehr so sprechen wie die anderen Hunde. Weg, weg! Das war das Ende vom Lied. Der Schneemann hörte ihm aber nicht mehr zu. Er schaute immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin, in ihre Stube hinein, wo der Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann. Wie das sonderbar in mir knackt, sagte er, werde ich nie dort hineinkommen. Es ist doch ein unschuldiger Wunsch und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. Ich muss dort hinein. Ich muss mich an sie anlehnen. Und wollte ich auch das Fenster eindrücken. Dort hinein wirst du nie gelangen, sagte der Kettenhund. Und kommst du an den Ofen hin? So bist du weg, weg! Ich bin schon so gut wie weg, erwiderte der Schneemann. Ich breche zusammen, glaube ich. Den ganzen Tag stand der Schneemann und schaute durchs Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild. Gar nicht wie der Mond, nicht wie die Sonne, nein, wie nur der Ofen leuchten kann, wenn er etwas zu verspeisen hat. Wenn die Stubentür aufging, hing ihm die Flamme zum Munde heraus. Diese Gewohnheit hatte der Ofen. Es flammte deutlich rot auf um das weiße Gesicht des Schneemannes. Es leuchtete rot seine ganze Brust herauf. Ich halte es nicht mehr aus, sagte er. Wie schön es ihr steht, die Zunge so herauszustrecken. Die Nacht war lang. Dem Schneemann ward sie aber nicht lang. Er stand in seiner eigenen schönen Gedanken vertieft. Und die frohren, dass es knackte. Am Morgen waren die Fensterscheiben der Kellerwohnung mit Eis bedeckt. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Allein sie verbargen den Ofen. Die Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Er konnte den Ofen nicht sehen, den er sich als ein so liebliches, weibliches Wesen dachte. Es knackte und knickte in ihm und rings um ihn her. Es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben musste. Er aber freute sich nicht. Wie hätte er sich auch glücklich fühlen können? Er hatte Ofensehnsucht. Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann, sagte der Kettenhund. Ich habe an der Krankheit gelitten, aber ich habe sie überstanden. Weg, weg, bellte er. Wir werden anderes Wetter bekommen, fügte er hinzu. Und das Wetter änderte sich. Es wurde Tauwetter. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts. Er klagte nicht. Und das ist das richtige Zeichen. Eines Morgens brach er zusammen. Und sieh, es ragte so etwas wie ein Besenstiel da, wo er gestanden hatte, empor. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut. Ja, jetzt begreife ich es. Jetzt verstehe ich es, dass er die große Sehnsucht hatte, sagte der Kettenhund. Da ist ja ein Eisen zum Ofenreinigen an dem Stiel. Der Schneemann hat einen Ofenkratzer im Leib gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Jetzt ist das überstanden. Weg, weg. Und bald darauf war auch der Winter überstanden. Weg, weg, bellte der heisere Kettenhund. Aber die Mädchen aus dem Hause sangen. Waldmeister grün, hervor aus dem Haus. Weide, die wollenen Handschuhe aus. Lerche und Kuckuck singt fröhlich drein. Frühling im Februar wird es sein. Ich singe mit. Kuckuck, Kiewit. Komm, liebe Sonne, komm oft, Kiewit. Und dann denkt niemand an den Schneemann. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein. Sie hatte sie so lieb, wie eben eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle sieben herbei und sprach, Liebe Kinder, ich muss hinaus in den Wald. Seid inzwischen brav, sperrt die Türe gut zu und nehmt euch in Acht vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, frisst er euch mit Haut und Haaren. Der böse Wicht verstellt sich oft. Aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Die Geißlein sagten, Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Du kannst ohne Sorge fortgehen. Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg. Es dauerte nicht lange. Da klopfte jemand an die Haustür und rief, Macht auf, ihr lieben Kinder. Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber die Geißlein hörten an der rauen Stimme, dass es der Wolf war. Wir machen nicht auf, riefen sie. Du bist nicht unsere Mutter. Die hat eine feine und liebliche Stimme. Deine Stimme aber ist rau. Du bist der Wolf. Da ging der Wolf fort zum Grämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Er aß es auf und machte damit seine Stimme fein. Dann kam er zurück, klopfte an die Haustür und rief, Macht auf, ihr lieben Kinder. Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote auf das Fensterbrett gelegt. Da sahen die Kinder und riefen, Wir machen nicht auf. Unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf. Da lief der Wolf zum Bäcker und sprach, Ich habe mir den Fuß angestoßen. Streich mir Teig darüber. Als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, lief er zum Müller und sprach, Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote. Der Müller dachte, der Wolf wolle jemanden betrügen und weigerte sich. Aber der Wolf sprach, Wenn du es nicht tust, fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte ihm die Pfote weiß. Nun ging der böse Wicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach, Macht auf, Kinder. Euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Wald mitgebracht. Die Geißlein riefen, Zeig uns zuerst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Mütterchen bist. Da legte der Wolf die Pfote auf das Fensterbrett. Als die Geißlein sahen, dass sie weiß war, glaubten sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Die Geißlein erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie und verschluckte eines nach dem anderen. Nur das jüngste in dem Uhrkasten, das fand er nicht. Als der Wolf satt war, trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß aus dem Walde wieder heim. Ach, was musste sie da erblicken? Die Haustür stand sperrangelweit offen. Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Decken und Polster waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei ihren Namen, aber niemand antwortete. Endlich, als sie das Jüngste rief, antwortete eine feine Stimme. Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. Da holte die Mutter das junge Geißlein aus seinem Versteck heraus und es erzählte ihr, dass der Wolf gekommen wäre. Ihr könnt euch denken, wie da die alte Geiß über ihre armen Kinder geweint hat. Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus und das Jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese kamen, lag der Wolf immer noch unter dem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Die alte Geiß betrachtete ihn von allen Seiten und sah, dass in seinem vollen Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach Gott, dachte sie, sollten meine armen Kinder, die er zum Nachtmal hinuntergewirkt hat, noch am Leben sein. Da musste das Geißlein nach Hause laufen und Schere, Nadel und Zwirn holen. Dann schnitt die alte Geiß dem Bösewicht den Bauch auf. Kaum hatte sie den ersten Schnitt getan, da streckte auch schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, sprangen nacheinander alle sechs heraus. Sie waren alle heil und gesund, denn der Wolf hatte sie in seiner Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude. Das war eine Freude. Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften wie Schneider bei einer Hochzeit. Die Alte aber sagte, jetzt geht und sucht große Steine. Damit wollen wir dem bösen Tier den Bauch füllen, solange es noch im Schlafe liegt. Da schleppten die sieben Geißleinen aller Eile Steine herbei und steckten ihm so viele in den Bauch, als sie nur hineinbringen konnten, sodass der Wolf nichts merkte und sich nicht einmal regte. Als er endlich ausgeschlafen war, machte er sich auf die Beine und weil ihm die Steine im Magen großen Durst verursachten, wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber anfing zu laufen, stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und zappelten. Da rief er, was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Ich meinte, es wären sechs Geißlein, doch sind's lauter Wackerstein. Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen laut, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, und sie faßten einander an den Händen und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum. Des Kaisers neue Kleider Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab, um recht geputzt zu sein. Er kümmerte sich nicht um seine Soldaten, kümmerte sich nicht um Theater und liebte es nicht in den Wald zu fahren, außer um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte einen Rock für jede Stunde des Tages und ebenso, wie man von einem König sagte, er ist im Rat, so sagte man hier immer, der Kaiser ist in der Garderobe. In der großen Stadt, in der er wohnte, ging es sehr munter her. An jedem Tag kamen viele Fremde an, und eines Tages kamen auch zwei Betrüger, die gaben sich für Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, was man sich denken könne, zu Weben verstanden. Die Farben und das Muster seien nicht allein ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, sollten die wunderbare Eigenschaft besitzen, dass sie für jeden Menschen unsichtbar seien, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Das wären ja prächtige Kleider, dachte der Kaiser. Wenn ich solche hätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sogleich für mich gewebt werden. Er gab den beiden Betrügern viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das geringste auf dem Stuhle. Trotzdem verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen bis spät in die Nacht hinein. Nun möchte ich doch wissen, wie weit sie mit dem Zeuge sind, dachte der Kaiser. Aber es war ihm beklommen zumute, wenn er daran dachte, dass keiner, der dumm sei oder schlecht zu seinem Amte tauge, es sehen könne. Er glaubte zwar, dass er für sich selbst nichts zu befürchten brauche, aber wollte doch erst einen anderen senden, um zu sehen, wie es damit stehe. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welche besondere Kraft das Zeug habe, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm ihr Nachbar sei. Ich will meinen alten, Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern senden, dachte der Kaiser. Er kann am besten beurteilen, wie der Stoff sich ausnimmt, denn er hat Verstand, und keiner versieht sein Amt besser als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal hinein, wo die Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. Gott behüte uns, dachte der alte Minister und riss die Augen auf. Ich kann ja nichts erblicken. Aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Stuhl, und der arme, alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen. Aber er konnte nichts sehen, denn es war nichts da. Herrgott, dachte er, sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt, und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich nicht zu meinem Amte taugen? Nein, es geht nicht an, dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen. Nun, Sie sagen nichts dazu, fragte der eine von den Webern. Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst, antwortete der alte Minister und sah durch seine Brille. Dieses Muster und diese Farben. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt. Nun, das freut uns, sagten beide Weber, und darauf benannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister merkte gut auf, damit er dasselbe sagen könne, wenn er zum Kaiser zurückkomme. Und das tat er auch. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und mehr Gold zum Weben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl kam kein Faden, aber sie fuhren fort, wie bisher an den leeren Stühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte bald wieder einen anderen tüchtigen Staatsmann hin, um zu sehen, wie es mit dem Weben stehe und ob das Zeug bald fertig sei. Es ging ihm aber gerade wie dem Ersten. Er guckte und guckte, weil aber außer dem Webstuhl nichts da war, so konnte er nichts sehen. Ist das nicht ein ganz besonders prächtiges und hübsches Stück Zeug, fragten die beiden Betrüger und zeigten und erklärten das prächtige Muster, das gar nicht da war. Dumm bin ich nicht, dachte der Mann. Es ist also mein gutes Amt, zu dem ich nicht tauge. Das wäre seltsam genug, aber das muss man sich nicht merken lassen. Daher lobte er das Zeug, das er nicht sah, und versicherte ihnen seine Freude über die schönen Farben und das herrliche Muster. Ja, es ist ganz allerliebst, sagte er zum Kaiser. Alle Menschen in der Stadt sprachen von dem prächtigen Zeuge. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, während es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schare auserwählter Männer, unter denen auch die beiden ehrlichen Staatsmänner waren, die schon früher da gewesen, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die nun aus allen Kräften webten, aber ohne Faser oder Faden. Ja, ist das nicht prächtig, sagten die beiden ehrlichen Staatsmänner. Wollen eure Majestät sehen? Welche Muster? Welche Farben? Denn sie glaubten, dass die anderen das Zeug wohl sehen könnten. Was? Dachte der Kaiser. Ich sehe gar nichts. Das ist ja erschrecklich. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre das Schrecklichste, was mir begegnen könnte. Oh, es ist sehr hübsch, sagte er. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Und er nickte zufrieden und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, was er mit sich hatte. Sah und sah, aber es bekam nicht mehr heraus als die anderen. Aber sie sagten gleich wie der Kaiser, Oh, das ist hübsch! Und sie rieten ihm, diese neuen prächtigen Kleider, das erste Mal bei dem großen Feste das Bevorstand zu tragen. Es ist herrlich, niedlich, ausgezeichnet, ging es von Mund zu Mund. Und man schien allerseits innig erfreut darüber. Der Kaiser verlieh jedem der Betrüger ein Ritterkreuz, um es in das Knopfloch zu hängen, und den Titel Hofweber. Die ganze Nacht vor dem Rogen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die Betrüger auf und hatten sechzehn Lichter angezündet, damit man sie auch recht gut bei ihrer Arbeit beobachten konnte. Die Leute konnten sehen, dass sie stark beschäftigt waren, des Kaisers neue Kleider fertig zu machen. Sie taten, als ob sie das Zeug aus dem Webstuhl nähmen. Sie schnitten in die Luft mit großen Scheren. Sie nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, Sie, nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser mit seinen vornehmsten Beamten kamen selbst und beide Betrüger hoben den einen Arm in die Höhe, gerade als ob sie etwas hielten, und sagten, Seht, hier sind die Beinkleider, hier ist das Kleid, hier ist der Mantel, und so weiter. Es ist so leicht wie Spinnenwebe. Man sollte glauben, man habe nichts auf dem Körper, aber das ist gerade die Schönheit dabei. Ja, sagten alle Beamten, aber sie konnten nichts sehen, denn es war nichts da. Belieben, Eure kaiserliche Majestät, ihre Kleider abzulegen, sagten die Betrüger. So wollen wir ihnen die Neuen hier vor dem großen Spiegel anziehen. Der Kaiser legte seine Kleider ab, und die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm ein jedes Stück der neuen Kleider anzogen, die fertig genäht sein sollten. Und der Kaiser wendete und drehte sich vor dem Spiegel. Ei, wie gut sie kleiden, wie herrlich sie sitzen, sagten alle. Welches Muster, welche Farben, das ist ein kostbarer Anzug. Draußen stehen sie mit dem Thronhimmel, der über Eurer Majestät getragen werden soll, meldete der Oberzeremonienmeister. Seht, ich bin ja fertig, sagte der Kaiser. Seht es nicht gut. Und dann wendete er sich nochmals zu dem Spiegel, denn es sollte scheinen, als ob er seine Kleider recht betrachte. Die Kammerherren, die das Recht hatten, die Schleppe zu tragen, griffen mit den Händen gegen den Fußboden, als ob sie die Schleppe aufhöben. Sie gingen und taten, als hielten sie etwas in der Luft. Sie wagten es nicht, es sich merken zu lassen, dass sie nichts sehen konnten. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen, wie sind des Kaisers neue Kleider, unvergleichlich, welche Schleppe er am Kleider hat, wie schön sie sitzt. Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah, denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. Aber er hat ja gar nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Hört die Stimme der Unschuld, sagte der Vater und der eine zischelte dem anderen zu, was das Kind gesagt hatte. Aber er hat ja gar nichts an, rief zuletzt das ganze Volk. Das ergriff den Kaiser, denn das Volk schien ihm Recht zu haben, aber er dachte bei sich, nun muss ich aushalten. Und die Kammerherren gingen und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Däumelinchen Es war einmal eine Frau, die gar zu gern ein Kindchen gehabt hätte, aber sie wusste gar nicht, wo sie es herbekommen sollte. Da ging sie zu einer alten Hexe und sagte zu ihr, Ich möchte gar zu gern ein Kindchen haben. Kannst du mir nicht sagen, wie ich mir eins verschaffen kann? Oh ja, da können wir schon helfen, erwiderte die Hexe. Hier, hast du ein Gerstenkorn. Es ist aber durchaus keins von der Art, wie es auf dem Felde des Bauern wächst oder womit man die Hühner füttert. Lüge es nur in einen Blumentopf, dann wirst du bald etwas zu sehen bekommen. Vielen Dank, sagte die Frau und gab der Hexe acht Silbergroschen dafür. Dann ging sie nach Hause, pflanzte das Gerstenkorn und sogleich wuchs eine große, herrliche Blume hervor, die vollkommen einer Tulpe glich. Aber die Blätter waren so fest verschlossen, als ob sie noch in der Knospe wären. Das ist eine schöne Blume, sagte die Frau und küßte sie auf die prächtigen, rot- und gelbgefärbten Blätter. Aber während sie diese küßte, ertönte plötzlich ein starker Knall und die Blume öffnete sich. Es war, wie man nun sehen konnte, eine wirkliche Blume. Allein mitten in der Blüte, auf dem grünen Griffel, saß ein winzig kleines, gar feines und liebliches Mädchen, wie auf einem Stuhle. Es war nicht größer als ein Daumen und wurde daher Däumelinchen genannt. Eine prächtige, lackierte Walnussschale erhielt Däumelinchen als Wiege, blaue Pfeilchenblätter waren ihre Matratze und ein Rosenblatt ihr Deckbett. Darin schlief sie des Nachts. Aber am Tage spielte sie auf dem Tisch, auf den die Frau einen mit Wasser gefüllten und mit Blumen begrenzten Teller gestellt hatte. Die Blumenstiele standen im Wasser und darin schwamm ein großes Tulpenblatt. Auf dieses durfte Däumelinchen sitzen und von der einen Seite des Tellers nach der anderen fahren. Zum Rudern hatte sie zwei Rosshaare. Das sah wirklich allerliebst aus. Sie konnte auch singen. Oh, so zart und fein, wie es noch nie jemand gehört hatte. Eines Nachts, als Däumelinchen in ihrem hübschen Bette lag, hüpfte eine hässliche Gröte durchs Fenster, an dem eine Scheibe zerbrochen war, herein. Die Gröte war schrecklich garstig, groß und nass. Sie hüpfte gerade auf den Tisch hernieder, wo Däumelinchen lag und unter dem Rosenblatt schlief. Das wäre eine reizende Frau für meinen Sohn. sagte die Gröte. Darauf ergriff sie die Walnussschale, worin Däumelinchen schlief und hüpfte mit ihr durch die zerbrochene Scheibe in den Garten hinunter. Da floss ein großer, breiter Bach, aber neben dem Ufer war es sumpfig und morastig. Hier wohnte die Gröte mit ihrem Sohne. Hu! Der war ebenso garstig und hässlich wie seine Mutter und ihr zum Verwechseln ähnlich. Kracks, Kracks, Krackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackackack die alte Kröte. Sie könnte uns am Ende noch entfliehen, denn sie ist so leicht wie ein Schwanenflaum. Wir wollen sie in dem Bach hinaus auf eins der breiten Wasserlilienblätter setzen. Das ist für sie, die so klein und leicht ist wie eine Insel. Da kann sie nicht davonlaufen, während wir drunten im Sumpfe die Staatsstube, wo ihr wohnen und leben sollt, instand setzen. Nach der Mitte des Baches hin wuchsen viele Wasserlilien mit ihren breiten grünen Blättern. Es sah aus, als ob diese auf dem Wasser schwemmen, und das Blatt, das am weitesten vom Ufer entfernt stand, war zugleich auch das allergrößte. Dorthin schwamm die alte Kröte und setzte die Nussschale mit Däumelinchen darauf. Das arme kleine Mädchen erwachte früh am nächsten Morgen, und als es wahrnahm, wo es war, begann es bitterlich zu weinen, denn auf allen Seiten war das große grüne Blatt von Wasser umgeben, und es war Däumelinchen unmöglich, ans Land zu kommen. Die alte Kröte saß indessen unten im Sumpfe und schmückte ihr Zimmer mit Schilf und gelben Wasserrosen, denn für die neue Schwiegertochter sollte alles aufs Hübscheste hergerichtet werden. Darauf schwamm sie mit ihrem hässlichen Sohne zu dem Platte hinaus, wo Däumelinchen sich befand. Sie wollten deren niedliches Bett holen, das in das Brautgemach gestellt werden sollte, ehe die Braut selbst dessen Schwelle überschritt. Die alte Kröte verneigte sich tief im Wasser vor ihr und sagte, Hier stelle ich dir meinen Sohn vor, der dein Ehegemahl werden soll. Ihr werdet drunten im Sumpfe ganz herrlich wohnen. Kröks, 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 war alles, was der Sohn hervorbrachte. Nun nahmen sie das prächtige kleine Bett und schwammen damit fort. Däumelinchen aber saß einsam auf dem grünen Blatt und vergoss heiße Tränen. Sie wollte ja weder bei der hässlichen Kröte wohnen, noch ihren hässlichen Sohn zum Manne haben. Aber die kleinen Fische, die unten im Wasser schwammen, hatten die Kröte wohl gesehen und auch gehört, was sie zu Däumelinchen gesagt hatte. Sie streckten deshalb alle die Köpfe in die Höhe, denn sie wollten doch auch das kleine Mädchen sehen. Kaum hatten sie es erblickt, da fanden sie es wunderhübsch und es war ihnen von Herzen leid, dass es zu der hässlichen Kröte hinunter sollte. Nein, das durfte nicht geschehen. Sie versammelten sich also unten im Wasser, rings um den grünen Stängel des großen Blattes, worauf Däumelinchen stand, und nagten den Stiel ab. Und nun schwamm das Blatt mit Däumelinchen darauf den Bach hinab. Weit, weit fort, wohin die Kröte nicht gelangen konnte. Däumelinchen fuhr nun an vielen Städten vorüber. Die kleinen Vögel saßen in den Büschen, sahen sie und sangen. Welch niedliches kleines Mädchen, welch niedliches kleines Mädchen, welch niedliches kleines Mädchen, welch niedliches kleines Mädchen. Weiter und immer weiter schwamm das Blatt mit ihr, und so reiste Däumelinchen ins Ausland. Ein hübscher kleiner weißer Schmetterling und flatterte sie beständig und ließ sich endlich auf dem Blatter nieder. Denn Däumelinchen gefiel ihm gar zu gut. Diese war sehr glücklich, dass die Kröte sie nun nicht mehr erreichen konnte. Und wo sie vorbeifuhr, war es überall wunderschön. Die Sonne glänzte auf dem Wasser, dass es wie flüssiges Gold leuchtete. Dann nahm Däumelinchen ihren Gürtel, schlang das eine Ende um den Schmetterling und band das andere am Platte fest. Dieses glitt nur noch weit schneller dahin und Däumelinchen mit, denn sie stand ja auf dem Platte. Plötzlich kam ein großer Maikäfer dahergeflogen. Der gewahrte sie, legte sofort seine Klauen um ihren schlanken Leib und flog mit ihr auf einen Baum. Das grüne Blatt aber schwamm den Bach hinab, und der Schmetterling flog mit, denn er war ja an das Blatt gebunden und konnte sich nicht losmachen. Oh, wie sehr erschrak das arme Däumelinchen, als der Maikäfer mit ihr auf den Baum hinaufflog. Am meisten bekümmerte sie jedoch der Gedanke an den schönen weißen Schmetterling, den sie an das Blatt gebunden hatte. Wenn er nicht auf irgendeine Weise loskam, musste er verhungern. Aber das war dem Maikäfer ganz einerlei. Er setzte sich mit ihr auf das größte grüne Blatt, bewirtete sie mit Blütenhonig und sagte ihr, sie sei wunderschön, obgleich sie durchaus nicht wie ein Maikäfer aussehe. Später kamen die anderen Maikäfer, die auf dem Baume wohnten, zu Besuch. Sie beguckten Däumelinchen von allen Seiten, aber die Maikäferfräulein rümpften die Fühlhörner und eins sagte, sie hat ja nur zwei Füße, das sieht doch zu ärmlich aus. Sie hat keine Fühlhörner, rief ein anderes. Oh, wie schlank sie um die Hüften ist, spottete ein drittes. Pfi, sie sieht ja gerade wie ein Mensch aus, riefen alle miteinander. Und doch war Däumelinchen allerliebst. Das fand nun der Maikäfer auch, der sie entführt hatte. Da aber alle anderen sie einstimmig hässlich fanden, glaubte er es zuletzt selbst und wollte sie nun gar nicht mehr haben. Sie konnte gehen, wohin sie wollte. Darauf flogen die Maikäfer mit ihr vom Baume hinunter und setzten sie auf ein Gänseblümchen. Da vergoss Däumelinchen bittere Tränen darüber, dass sie so hässlich sei, dass nicht einmal die Maikäfer sie unter sich dulden wollten. Und doch war sie über alle Begriffe schön, so fein und zart wie das herrlichste Rosenblatt. Den ganzen Sommer hindurch lebte das arme Däumelinchen ganz allein in dem großen Walde. Sie flocht sich ein Bett aus Grashalmen und hing es unter einem breiten Klettenblatte auf, sodass sie gegen den Regen geschützt war. Blütenhonig war ihre Speise und der Morgentau ihr Trank, so verstrichen Sommer und Herbst. Aber nun kam der Winter, der kalte, lange Winter. Alle die Vögelein, die ihr so schön vorgesungen hatten, flogen davon. Die Bäume verloren die Blätter, die Blumen verwelkten. Das große Klettenblatt, unter dem sie gewohnt hatte, schrumpfte zusammen. Und es blieb nur ein gelber, vertrockneter Stängel zurück. Sie froh entsetzlich. Ihre Kleider waren zerrissen und sie selbst war ja sogar zart und klein. Das arme Däumelinchen musste erfrieren. Es begann zu schneien, und jede Schneeflocke, die auf sie fiel, war für sie eine ebenso große Masse, als wenn man auf uns eine ganze Schaufel vollwirft. Denn wir sind groß. Sie aber war nur so lang wie ein Daumen. Da hüllte sie sich in ein welkes Blatt. Aber das erwärmte sie nicht. Sie zitterte vor Kälte. Dicht am Waldessaume, den Däumelinchen jetzt erreicht hatte, lag ein großes Kornfeld. Das Korn war längst eingeheimst, nur die nackten, trockenen Stoppeln ragten aus der gefrorenen Erde hervor. Ihr kamen sie wie ein großer Wald vor, den sie durchwandern musste. Und sie bebte nur so vor Kälte. Da gelangte sie an die Türe der Feldmaus, deren Wohnung aus einer kleinen Höhle unter den Stoppeln bestand. Hier wohnte die Feldmaus warm und behaglich, hatte die ganze Stube voll Korn und eine prächtige Küche und Speisekammer. Das arme Däumelinchen stellte sich wie ein Bettelmädchen vor die Türe und bat um ein kleines Stück Gerstenkorn. Denn sie hatte seit zwei Tagen nicht das geringste gegessen. Du arme Kleine, sagte die Feldmaus, die im Grunde genommen eine gute alte Feldmaus war. Komm herein in meine warme Stube und iss mit mir. Da sie nun Gefallen an Däumelinchen fand, sagte sie. Du kannst meinetwegen den Winter über bei mir bleiben, aber du musst die Stube hübsch sauber halten und mir Geschichten erzählen. Das ist meine größte Freude. Däumelinchen tat, was die gute alte Feldmaus verlangte. Und so hatte sie es ausgezeichnet bei ihr. Nun bekommen wir bald Besuch, sagte die Feldmaus. Mein Nachbar pflegt mich jede Woche einmal zu besuchen. Der ist noch viel wohlhabender als ich. Er hat große Säle und trägt einen herrlichen schwarzen Samtpelz. Wenn du den zum Manne bekommen könntest, dann wärest du gut versorgt. Aber er ist blind und du musst ihm die allerschönsten Geschichten erzählen, die du weißt. Aber daraus machte sich Däumelinchen nichts. Sie wollte den Nachbar gar nicht haben, denn es war ein Maulwurf. Er kam auch richtig in seinem schwarzen Samtpelze daher, um der Maus einen Besuch abzustatten. Er sei sehr reich und sehr gelehrt, sagte die Feldmaus. Auch sei seine Wohnung wohl zwanzigmal größer als die ihrige. Er besaß auch in der Tat eine ganz bedeutende Gelehrsamkeit. Aber die Sonne und die schönen Blumen konnte er gar nicht leiden. Er wusste nur Schlimmes über sie zu sagen, weil er sie nie gesehen hatte. Nun sollte Däumelinchen singen, und sie sang sowohl »Meikäfer flieg« als auch »Der Mönch geht auf die Wiese«. Ihrer schönen Stimme wegen verliebte sich der Maulwurf sofort in Däumelinchen, sagte aber vorerst noch nichts, denn er war ein gar besonnener Mann. Vor kurzem hatte er von seinem Hause bis zur Wohnung der Feldmaus einen langen Gang gegraben, und nun gab er seiner Freundin und Däumelinchen die Erlaubnis, so oft sie wollten, darin spazieren zu gehen. Er sagte ihnen nur, sie sollten vor einem toten Vogel, der mitten im Gange liegt, ja nicht erschrecken. Es sei nämlich ein ganzer Vogel mit Federn und Schnabel, der erst kürzlich, zu Anfang des Winters, gestorben sein könne, und nun gerade da, wo er seinen Gang angelegt habe, begraben liege. Der Maulwurf nahm ein Stück faules Holz ins Maul, denn das schimmert im Dunkeln wie Feuer, ging dann voran und leuchtete den beiden in dem langen, finstern Gange. Als sie zu der Stelle gelangten, wo der tote Vogel lag, drückte der Maulwurf mit seiner breiten Nase gegen die Decke und stieß die Erde auf, sodass ein großes Loch entstand, wodurch das Licht hereinschimmerte. Mitten auf dem Boden lag eine tote Schwalbe. Ihre schönen Flügel waren fest an die Seiten gedrückt, die Beine und der Kopf unter die Federn gezogen. Der arme Vogel war gewiß erfroren. Däumelinchen hatte inniges Mitleid mit ihm. Sie liebte all die kleinen Vögel. Sie hatten ihr ja den ganzen Sommer hindurch so schön vorgesungen und vorgezwitschert. Aber der Maulwurf stieß ihn mit seinen kurzen Beinen an und sagte, »Nun pfeift er nicht mehr. Es muss doch jämmerlich sein, als solch ein kleiner Vogel geboren zu werden. Gott sei Dank, dass keins meiner Kinder je ein Vogel werden kann. Außer seinem Quivitt hat er ja gar nichts und muss im Winter elendiglich verhungern.« »Ja, das könnt ihr als ein vernünftiger Mann wohl sagen«, entgegnete die Feldmaus. »Was hat nun so ein Vogel für all sein Kivitt-Kivitt, wenn der Winter kommt? Er muss hungern und frieren. Doch das soll ja vornehmen sein.« Däumelinchen sagte nichts. Als aber die beiden anderen dem Vogel den Rücken wandten, neigte sie sich hinab, schob die Federn, die über seinem Kopf lagen, zur Seite. Und küsste ihn auf die geschlossenen Augen. »Vielleicht war er es, der mir im Sommer so schön vorsang«, dachte sie. »Wie viel Freude hat er mir bereitet, der liebe, schöne Vogel.« Nun stopfte der Maulwurf das Loch an der Decke wieder zu und begleitete dann die Dame nach Hause. Aber in der Nacht konnte Däumelinchen nicht einschlafen. Da erhob sie sich von ihrem Bette und flocht aus Heu einen großen, schönen Teppich. Den trug sie hinunter, breitete ihn über den toten Vogel und legte noch weiche Baumwolle, die sie im Zimmer der Feldmaus fand, dicht neben den Vogel, damit er in der kalten Erde recht warm liegen möchte. »Lebe wohl, du schöner, lieber Vogel«, sagte sie. »Lebe wohl und hab Dank für deinen herrlichen Gesang im Sommer, als die Bäume grün waren und die liebe Sonne so warm auf uns herabschien.« Darauf legte sie ihr Köpfchen an des Vogelsbrust, fuhr aber sogleich erschrocken zurück, denn es war fast, als ob etwas darin klopfte. Das war das Herz des Vogels. Der Vogel war nicht tot, er war von der Kälte nur erstarrt, und jetzt, da er erwärmt worden, kam wieder Leben in ihn. Im Herbste fliegen alle Schwalben nach den warmen Ländern, wenn sich aber eine verspätet, friert sie so, dass sie wie tot zur Erde fällt, und da liegen bleibt, wo sie gerade hinfällt, um dann vom kalten Schnee bedeckt zu werden. Däumelinchen bebte am ganzen Körper, so sehr war sie erschrocken, denn der tote Vogel war ja ihr gegenüber, die kaum einen Daumen lang war, entsetzlich groß. Aber bald faßte sie wieder Mut, legte die Baumwolle noch dichter um die Schwalbe, holte dann ein grause Minzblatt, das ihr selbst als Decke gedient hatte, und legte es über den Kopf der Schwalbe. In der nächsten Nacht schlich sie sich wieder zur Schwalbe hinaus, und da war diese lebendig, aber so matt, daß sie nur einen Augenblick ihre Augen öffnen und Däumelinchen anzusehen vermochte, die, weil sie kein anderes Licht hatte, mit einem Stückchen faulen Holzes in der Hand neben ihr stand. »Innigen Dank, du niedliches Liebeskind«, sagte die kranke Schwalbe zu ihr. »Ich bin vortrefflich erwärmt. Bald bekomme ich meine Kräfte wieder und kann dann aufs Neue draußen im warmen Sonnenschein umherfliegen.« »Ach«, erwiderte Däumelinchen, »es ist draußen noch bitterkalt. Es schneit und friert. Bleibe nur in deinem warmen Bettchen, ich werde dich schon fliegen.« Darauf brachte sie der Schwalbe Wasser in einem Blumenplatte. Diese labte sich daran und erzählte dann, daß sie sich an einem Dornbusche einen ihrer Flügel verletzt habe und darum nicht so schnell wie die anderen Schwalben habe fliegen können, als diese weit fort nach den wärmeren Ländern gezogen seien. Schließlich sei sie auf die Erde gefallen, aber an das Weitere konnte sie sich nicht mehr erinnern und wusste auch gar nicht, wie sie hierher gekommen war. Den ganzen Winter blieb die Schwalbe nun da unten, und Däumelinchen nahm sich ihre aufs Beste an und gewann sie herzlich lieb. Weder der Maulwurf noch die Feldmaus erfuhr das Geringste davon, denn sie konnten ja die arme Schwalbe nicht leiden. Sobald der Frühling kam und die Sonne die Erde erwärmte, sagte die Schwalbe Däumelinchen lebewohl. Diese öffnete nun das Loch, das der Maulwurf oben in der Decke gemacht hatte. Die Sonne schien freundlich herein, und die Schwalbe fragte Däumelinchen, ob sie nicht Lust habe, mitzukommen. Sie könne sich auf ihren Rücken setzen, und dann wollten sie weit hinaus in den grünen Wald fliegen. Aber Däumelinchen wusste, dass es die alte Feldmaus betrüben würde, wenn sie auf diese Weise davonginge. »Nein, ich kann nicht«, sagte Däumelinchen. »Lebe wohl, lebe wohl, du gutes, liebes Mädchen«, zwitscherte die Schwalbe und flog hinaus in den Sonnenschein. Däumelinchen sah ihr nach, und die Tränen traten ihr in die Augen, denn sie hatte die arme Schwalbe sehr lieb gewonnen. »Quivit, quivit«, sang der Vogel und flog in den grünen Wald hinein. Däumelinchen war tief betrübt. Sie durfte nie in den warmen Sonnenschein hinausgehen. Das Korn, das auf dem Acker über der Wohnung der Feldmaus gesät war, wuchs nun auch hoch empor. Und für das arme kleine Mädchen, das kaum Daumenlänge hatte, war es ein großer, dichter Wald. »Während des Sommers sollst du an deine Aussteuer nähen«, sagte die alte Feldmaus zu ihr. Denn nun hatte der Nachbar, der langweilige Maulwurf, sich um Däumelinchen beworben. »Du sollst sowohl wollene als auch leinene Sachen bekommen. Ich gebe dir alles recht reichlich, da du nun die Frau des Maulwurfs wirst.« So musste Däumelinchen die Spindel drehen. Und die Feldmaus stellte auch noch vier Spinnen an, die Tag und Nacht spinnen und weben mussten. Jeden Abend kam der Maulwurf zu Besuch und sprach nur immer davon, dass er, sobald der Sommer vergangen und die Sonne nicht mehr so heiß brenne, denn jetzt brenne sie ja die Erde fest wie Stein. Ja, wenn der Sommer endlich vorbei sei, dann wolle er Däumelinchen heiraten. Sie aber war gar nicht vergnügt, denn sie hatte den langweiligen Maulwurf keineswegs lieb. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufging, und jeden Abend, wenn sie unterging, schlich sie sich zur Türe hinaus. Und wenn dann der Wind die Kornehren auseinanderwehte und sie den blauen Himmel sehen konnte, dachte sie, wie sie schön es doch hier draußen sei. Und dann wünschte sie so innig, die liebe Schwalbe wiederzusehen. Aber ach, die kam nie wieder. Sie war gewiss weit fort und flog in dem schönen grünen Wald umher. Als es nun Herbst wurde, war Däumelinchens Aussteuer fertig. In vier Wochen soll die Hochzeit sein, sagte die Feldmaus zu ihr. Aber Däumelinchen begann zu weinen. Und sagte, sie wolle den langweiligen Maulwurf gar nicht haben. Ach, Schnickschnack, sagte die Feldmaus. Sei nur nicht widerspenstig, sonst muss ich dich mit meinen weißen Zähnen beißen. Du bekommst einen ganz vortrefflichen Mann. Solch einen schwarzen Samtpelz hat selbst die Königin nicht. Seine Küche und sein Keller sind alle beide wohlbestellt. Du hast allen Grund, Gott zu danken, dass er dich zur Frau will. Nun sollte die Hochzeit gefeiert werden. Der Maulwurf war schon gekommen, um Däumelinchen zu holen. Sie sollte nun bei ihm tief drunten in der Erde wohnen und würde nie wieder in den warmen Sonnenschein hinauskommen, weil er ihn nicht leiden konnte. Das arme Kind war tief betrübt. Nun sollte sie also der schönen Sonne Lebewohl sagen, die sie bei der Feldmaus doch wenigstens von der Türe aus hatte sehen können. Lebewohl, du helle Sonne, sagte sie und streckte die Arme hoch empor. Sie ging auch eine kleine Strecke vom Hause der Feldmaus fort, denn nun war die Ernte vorüber und nur die dürren Stoppeln standen noch auf dem Felde. Lebewohl, lebewohl, rief sie wieder und schlang ihre Ärmchen um eine kleine rote Blume. Grüß die liebe Schwalbe von mir, wenn du sie jemals siehst. Quiwit, quiwit, erklang es in diesem Augenblick über ihrem Kopfe. Sie blickte auf. Es war die Schwalbe, die gerade vorüberflog. Sobald die Schwalbe Däumelinchen gewahrte, freute sie sich über die Maßen. Und die Kleine erzählte nun der Schwalbe, wie ungern sie den garstigen Maulwurf zum Manne nehme, und dass sie dann tief drunten in der Erde wohnen solle, wo kein Sonnenstrahl je hineindringe. Dabei konnte sie sich der Tränen nicht erwehren. Nun wird es bald wieder Winter, sagte die Schwalbe, und da ziehe ich in die warmen Länder fort. Willst du mich begleiten? Du kannst auf meinem Rücken sitzen. Binde dich nur mit deinem Gürtel fest, dann fliegen wir von dem garstigen Maulwurf und seine finsteren Behausung fort, weit, weit über die Berge nach den warmen Ländern, wo die Sonne schön erscheint als hier, wo ewiger Sommer herrscht und wo immer prächtige Blumen blühen. Fliege nur mit mir, du süßes kleines Däumelinchen, das mir das Leben rettete, als ich erfroren in der finsteren Erde lag. Ja, ich will mit dir ziehen, sagte Däumelinchen. Sogleich setzte sie sich auf den Rücken der Schwalbe, stützte ihre Füßchen auf seine ausgebreiteten Flügel, band ihren Gürtel an einer der stärksten Federn fest, und nun erhob sich die Schwalbe hoch in die Lüfte und flog über Wälder und Seen und hoch über die großen Gebirge, wo ewiger Schnee liegt. Däumelinchen fror zwar in der kalten Luft, verbarg sich aber unter den warmen Federn des Vogels und streckte nur das Köpfchen hervor, um all die Herrlichkeiten unter sich betrachten zu können. Endlich kamen sie in den warmen Ländern an. Dort leuchtete die Sonne viel heller als hier, der Himmel erschien doppelt so hoch, und an Gräben und Hecken wuchsen die prächtigsten grünen und blauen Weintrauben. In den Wäldern hingen Zitronen und Apfelsinen, überall duftete es nach Myrten und Grauseminze, und auf den Landstraßen sprangen die niedlichsten Kinder und spielten mit großen, bunten Schmetterlingen. Aber die Schwalbe flog immer weiter, und es wurde immer schöner. Unter prachtvollen grünen Bäumen, an einem blauen See, stand ein altes Schloss aus blendend weißem Marmor. Weinreben rankten sich an den hohen Säulen empor, und oben an diesen hingen unzählige Schwalbennester. In einem davon wohnte die Schwalbe, die Däumelinchen trug. Hier ist mein Haus, sagte die Schwalbe. Wähle du dir aber eine der prächtigen Blumen, die da unten wachsen. Ich werde dich dann hineinsetzen, und du wirst es so gut haben, als du dir nur wünschen kannst. Oh, wie herrlich! rief sie und klatschte in die Händchen. Da lag eine große weiße Marmorsäule, die umgestürzt und in drei Stücke zerbursten war, und zwischen diesen wuchsen wunderschöne große weiße Blumen. Dorthin flog die Schwalbe mit Däumelinchen und setzte sie auf eins der breiten Blätter. Aber wer beschreibt die Erstaunen? Mitten in der Blume saß ein Männlein. Das war so weiß und durchsichtig, als ob es von Glas wäre. Auf dem Kopfe hatte es eine niedliche goldene Krone und wunderschöne glänzende Flügel an den Schultern. Es war nicht größer als Däumelinchen. In jeder der Blumen wohnte solch ein kleiner Mann oder eine Frau. Das Männlein in der weißen Blume aber war der König über alle. Lieber Gott, wie schön er ist! flüsterte Däumelinchen der Schwalbe zu. Der kleine Prinz erschrak gewaltig vor der Schwalbe, denn im Vergleich zu ihm, der so klein und zart war, erschien sie wie ein wahrer Riesenvogel. Als er aber Däumelinchen gewahrte, wurde er gar froh. Sie war ja das allerschönste Mädchen, das er je gesehen hatte. Deshalb nahm er die goldene Krone von seinem Haupte, setzte sie ihr auf und fragte sie, wie sie heiße und ob sie seine Gemahlin werden wolle. Sie werde als dann Königin über alle Blumen sein. Ja, das war für wahr ein anderer Mann als der Sohn der Kröte oder der Maulwurf mit dem schwarzen Samtpelz. Däumelinchen gab deshalb dem schönen Prinzen das Ja-Wort und darauf kam aus jeder Blume eine Dame oder ein Herr hervor. Die waren so niedlich, dass es eine wahre Lust war, sie anzusehen. Jedes brachte Däumelinchen ein Geschenk. Aber das Beste von allen war doch das schöne Flügelpaar einer großen weißen Fliege. Die Flügel wurden Däumelinchen am Rücken befestigt und nun konnte auch sie von Blume zu Blume fliegen. Nun herrschte überall große Freude und die Schwalbe saß oben in ihrem Neste und sang ihnen vor, so gut sie es vermochte, obgleich sie im Innern recht betrübt war. Denn sie hatte Däumelinchen innig lieb und hätte sich am liebsten nie wieder von ihr getrennt. Du sollst fortan nicht mehr Däumelinchen heißen, sagte der Engel der Blumen zu ihr. Das ist ein hässlicher Name und du bist auch so schön. Wir wollen dich Maya nennen. Lebe wohl, lebe wohl, zwitscherte die Schwalbe und zog wieder fort aus den warmen Ländern, weit fort bis in unser Vaterland hier im Norden. Da hatte sie ein kleines Nest oben am Fenster, wo der Mann wohnt, der Märchen erzählen kann. Diesem sang sie ihr Krivit Krivit vor. Und daher wissen wir die ganze Geschichte. Vom tapferen Schneiderlein Es war einmal ein Schneiderlein. Das saß in einer Stadt, die hieß Romadia. Das hatte auf eine Zeit, da es arbeitete, einen Apfel neben sich liegen. Darauf setzten sich viele Fliegen, wie das Sommerszeiten so gewöhnlich, die angelockt waren von dem süßen Geruch des Apfels. Darauf erzürnte sich das Schneiderlein, nahm einen Tuchlappen, den es eben wollte in die Hölle fallen lassen, schlug auf den Apfel und befand im Hinsehen, daß damit sieben Fliegen erschlagen waren. »Ei!« dachte bei sich das Schneiderlein. »Bist du solch ein Held!« ließ sich stracklich einen blanken Harnisch machen und auf das Brustschild mit goldenen Buchstaben schreiben, »Sieben auf einen Streich!« Darauf zog das Schneiderlein mit seinem Harnisch angetan »Umher auf Gassen und Straßen!« Und die es sahen, vermeinten, »Der Held habe sieben Männer auf einen Streich gefällt« und fürchteten sich. Nun war in demselben Lande ein König, dessen Lob weit und breit erschallte. Zudem begab sich der faule Schneider, der gleich nach seiner Heldentat Nadel, Schere und Bügeleisen an den Nagel gehangen, trat in den Hof des Königspalastes, legte sich all dort in das Gras und entschlief. Die Hofdiener so aus- und eingingen, den Schneider in dem reichen Harnisch sahen und die Goldschrift lasen, verwunderten sich sehr, was doch jetzt zu Friedenszeiten dieser streitbare Mann an des Königs Hof tun wolle, erdeuchte sie ohne Zweifel ein großer Herr zu sein. Des Königs Räte, so den schlafenden Schneider gleichfalls gesehen, taten solches ihre Majestät, ihrem allergnädigsten König zu wissen, mit dem untertänigsten Bemerkung, das, so sich kriegerischer Zwiespalt erhebe, dieser Held ein sehr nützlicher Mann werden und dem Lande gute Dienste leisten könne. Dem König gefiel diese Rede wohl, sandte alsbald nach dem geharnischten Schneider und ließ ihn fragen, ob er Dienste begehre. Der Schneider antwortete, eben deshalb sei er hergekommen und bete die Königliche Majestät, wo höchst dieselbe ihn zu brauchen Gedächte, ihm allergnädigst Dienste zu verleihen. Der König sagte dem Schneiderlein Dienste zu, verordnete ihm ein stattliches Zimmer und gab ihm eine gute Besoldung, von der es, ohne etwas zu tun, herrlich und in Freuden leben konnte. Da währte es nicht lange Zeit, so wurden die Ritter des Königs, die nur eine karge Löhnung hatten, dem guten Schneider Gram und hätten gern gewollt, dass er beim Teufel wäre, fürchteten zumal, wenn sie mit ihm uneins würden, möchten sie ihm nicht sattsam Widerstand leisten, da er ihrer sieben Allwege auf einen Streich totschlagen würde. Sonsten hätten sie ihn gern ausgebissen und so sannen sie täglich und stündlich darauf, wie sie doch von dem freislichen Kriegsmann kommen möchten. Da aber ihr Witz und Scharfsinn etwas kurz zugeschnitten war, wie ihre Röcklein, so fanden sie keine List, den Helden vom Hofe zu entfernen. Und zuletzt wurden sie Rates miteinander, alle zugleich vor den König zu treten und um Urlaub und Entlassung zu bitten. Und das taten sie auch. Als der gute König sah, dass alle seine treuen Diener um eines einzigen Mannes Willen ihn verlassen wollten, ward er traurig, wie nie zuvor und wünschte, dass er den Helden doch nie möge gesehen haben, scheute sich aber doch, ihn hinwegzuschicken, weil er fürchten mußte, dass er samt all seinem Volk von ihm möchte erschlagen und hernach sein Königreich von dem stracklichen Krieger möchte besessen werden. Da nun der König in dieser schweren Sache Rat suchte, was doch zu tun sein möge, um alles gütlich abzutun und zum Besten zu lenken, so ersann er sich letztlich eine List, mit welcher er vermeinte, des Kriegsmannes, den niemand für einen Schneider schätzte, ledig zu werden und abzukommen. Er sandte sogleich nach dem Helden und sprach zu ihm, wie er, der König, wohl vernommen, dass ein gewaltigerer und stärkerer Kampfheld auf Erden nimmer zu finden sei, denn er, der Schneider. Nun hausten im nahen Walde zwei Riesen, die täten ihm aus der Maßen großen Schaden mit Rauben, Morden, Sängen und Brennen im Lande umher, und man könne ihnen weder mit Waffen noch sonst wie beikommen, denn sie erschlügen alles, und so er sich's nun unterfangen wolle, die Riesen umzubringen, und brächte sie wirklich um, so solle er des Königs Tochter zu ehelichen Gemahlen und das halbe Königreich zur Aussteuer erhalten. Auch wolle der König ihm hundert Reiter zur Hilfe gegen die Riesen mitgeben. Aus dieser Rede des Königs ward dem Schneiderlei ganz wohl zumute und deuchte ihm schön, dass es sollte eines Königs Tochtermann werden und ein halbes Königreich zur Aussteuer empfangen, sprach daher kecklich, er wolle gern dem König, seinem allergnädigsten Herrn, zu Diensten stehen und die Riesen umbringen und sie wohl ohne Hilfe der hundert Reiter zu töten wissen. Darauf verfügte er sich in den Wald, hieß die hundert Reiter, die ihm auf des Königsbefehl dennoch folgen mussten, vor dem Walde warten, trat in das Dickicht und lugte umher, ob er die Riesen irgendwo sehen möchte. Und endlich, nach langem Suchen, fand er sie beide, unter einem Baume schlafend und also schnarchend, dass die Äste an den Bäumen wie vom Sturmwind gebogen hin und her rauschten. Der Schneider besann sich nicht lange, las schnell seinen Busen voll Steine, stieg auf den Baum, darunter die Riesen lagen und begann, den einen mit einem derben Steine auf die Brust zu werfen, davon der Riese alsbald erwachte, über seinen Mitgesellen zornig ward und fragte, warum er ihn schlüge. Der andere Riese entschuldigte sich bestens, so gut er's verbochte, dass er mit Wissen nicht geschlagen, es müsse denn im Schlafe geschehen sein. Da sie nun wieder entschliefen, fasste der Schneider wieder einen Stein und warf den anderen Riesen, der nun auffahrend über seinen Kameraden sich erzirrte und fragte, warum er ihn werfe, der aber nun auch nichts davon wissen wollte. Als beiden Riesen nun die Augen nach einigem Zanken vom Schlafe wieder zugegangen waren, warf der Schneider abermals gar heftig auf den anderen, dass der es nun nicht länger ertragen mochte und auf seinen Gesellen, von dem er sich geschlagen vermeinte, heftig losschlug. Das wollte denn der andere Riese auch nicht leiden, sprangen beide auf, rissen Bäume aus der Erde, ließen aber doch zu allem Glück den Baum stehen, darauf der Schneider saß und schlugen mit den Bäumen so heftig aufeinander los, bis sie einander gegenseitig tot schlugen. Als der Schneider von seinem Baume sah, dass die beiden Riesen einander totgeschlagen hatten, ward ihm besser zumute, als ihm jemals gewesen, stieg fröhlich vom Baume, hieb mit seinem Schwerte jeglichem Riesen eine Wunde oder etliche und ging aus dem Walde hervor zu den Reitern. Die fragten ihn, ob er die Riesen entdeckt oder ob er sie nirgends gesehen habe. Ja, sagte der Schneider, entdeckt und gesehen und alle zwei totgeschlagen habe ich und sie liegen lassen unter einem Baume. Das war den Reitern verwunderlich zu hören, konnten und wollten's nicht glauben, dass der eine Mann so unverletzt von den Riesen sollte gekommen sein und sie dazu noch totgeschlagen haben. Ritten nun selbst in den Wald, dies Wunder zu beschauen und fanden es also, wie der Schneiderlein gesagt hatte. Darob verwunderten sich die Reiter gar sehr und empfanden einen grauslichen Schrecken, ward ihnen auch noch übler zumute denn vorher, da sie fürchteten, der Sieger würde sie alle umbringen, wenn er ihnen Feind würde. ritten heim und sagten dem König an, was geschehen. Da nun der Schneider zum Könige kam, seine Tat selbst anzeigte und die Königstochter samt dem halben Königreich begehrte, geräute den König sein Versprechen, dass er dem unbekannten Kriegsmann gegeben, gar übel. Denn die Riesen waren nun erwürgt und konnten keinen Schaden mehr tun, dachte darüber nach, wie er des Helden mit Fug abkommen möchte und war nicht im Mindesten gesonnen, ihm die Tochter zu geben. Sprach der Herr zum Schneider, wie er in einem anderen Walde leider noch ein Einhorn habe, das ihm sehr großen Schaden tue an Fischen und Leuten. Dasselbe solle er doch auch noch fangen, und so er dieses vollbringe, wolle der König ihm die Tochter geben. Der gute Schneider war auch das zufrieden, nahm einen Strick, ging hin zu jenem Walde, allwo das wilde Einhorn hauste, und befahl seinen Zugeordneten draußen vor dem Walde zu warten, Er wolle allein hineingehen und allein die Tat bestehen, wie er die gegen die zwei Riesen auch allein und ohne andere Hilfe bestanden. Als der Schneider eine Weile im Walde umher spaziert war, er sieht er das Einhorn, das gegen ihn daher rennt mit vorgestrecktem Horn und will ihn umbringen. Er aber, nicht unbehende, wartete, bis das Einhorn gar nahe an ihn herankam, und als es nahe bei ihm war, schlüpfte er rasch hinter den Baum, neben dem er zualler nächsten stand, und da lief das Einhorn, das im vollen Rennen war und sich nicht mehr wenden konnte, mit aller Hast gegen den Baum, dass es ihn mit seinem spitzen Horn fast durch und durch stieß und das Horn unverwandt darin stecken blieb. Da trat der Schneider, als er das Einhorn am Baume fest zappeln sah, hervor, schlang ihm den mitgenommenen Strick um den Hals, band es an den Baum vollends fest, ging heraus zu seinen Jagdgesellen und zeigte ihnen seinen Sieg über das wilde Einhorn an. Darauf ging das Schneiderlein zum König, tat demütiglich Meldung von der glücklichen Erfüllung des königlichen Wunsches und erinnerte bescheidentlich an das königliche zweimalige Versprechen. Darob ward der König über die Maßen traurig, wusste nicht, was zu tun sei, da der Schneider der Tochter begehrte, die er doch und begehrte noch eins an den Kriegsmann. Dieser solle nämlich auch das grausame Wildschwein, das in einem dritten Walde liefe und alles verwüste einfangen und so er auch dieses vollbringe. Dann wolle der König ihm die Tochter ohne allen Verzug geben, wolle ihm auch seine ganze Jägerei zur Hilfe beordnen. Der Schneider zog, nicht sonderlich erbaut von des Königs abermaligen Begehren mit seinen Gesellen zum Walde hinaus und befahl ihnen, als der Forst erreicht war, draußen zu bleiben. Des waren die Jäger gar herzlich froh und zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon öfter dermaßen empfangen, dass ihrer viele das Wiederkommen auf immer vergessen hatten und sie alle nicht mehr begehrten, ihm nachzustellen, dankten daher dem Schneider sehr aufrichtig, dass er sich allein in die Farnis wage und sie in Numero sicher dahinten lasse. Der Schneider war noch nicht lange in den Wald getreten, so wurde das Wildschwein seiner ansichtig und stürzte auf ihn zu mit schäumendem Rachen und wetzenden Hauern und wollte ihn gleich zu Boden rennen, sodass sein Herz erzitterte und er sich schnell nach Rettung umsah. Da stand zum Glück eine alte verfallene Kapelle in dem Wald, darin man vor Zeiten Ablass geholt. Und da der Schneider nahe dabei stand und die Kapelle ersah, sprang er mit einem Satz hinein, aber auch der Türe gegenüber mit einem Luftsprung durch ein Fenster, darin keine Scheiben mehr waren, wieder heraus. Und als bald folgte ihm die Wildsau, die nun in der Kapelle rumurte. Der Schneider aber lief rum, witschte vor an die Türe, warf sie eilends zu und versperrte so das grausame Gewild in das Kirchlein, ging dann hin zu den Jagdgesellen, zeigte ihnen seine Tat an, die kamen hin, befanden die Sache also wahr und richtig und ritten heim, mit großer Verwunderung dem König Bericht erstattend. Ob nun die Nachricht vom abermaligen glückhaften Sieg des heldenhaften Kriegsmannes den König mehr froh oder mehr traurig gemacht, das mag ein jeglicher selbst mit geringem Verstand leichtlich ermessen, denn der König mußte nun dem Schneider die Tochter geben oder fürchten, dass dieser seine Heldenkraft davon er drei so erstaunliche Proben gegeben, gegen ihn selber wenden dürfte. Doch ist wohl zweifelsohne, hätte der König vollends gewußt, dass der Held ein Schneider wäre, so hätte er ihm lieber einen Strick zum Aufhängen, denn seine Tochter geschenkt. Ob nun aber der König einem Manne Manne ohne Herkunft und Geburt außer der von seiner Mutter seine Tochter mit kleiner oder mit großer Bekümmernis gern oder ungern gebe, danach fragte das Schneiderlein gar wenig oder gar nicht. Genug, er war stolz und froh, des Königs Tochter Mann geworden zu sein. Also wurde die Hochzeit nicht mit allzu großer Freudigkeit von königlicher Seite begangen und aus einem Schneider war ein Königseidarm geworden. Ja, ein König. Als eine kleine Zeit vergangen war, hörte die junge Königin, wie ihr Herr und Gemahl im Schlafe redete und vernahm deutlich die Worte Knecht, mache mir das Wams. Flicke mir die Hosen, spute dich, oder ich schlage dir das Ellenmaß über die Ohren. Das kam der jungen Königs Gemahlin sehr verwunderlich vor, merkte schier, dass ihr Gemahl ein Schneider sei, zeigte das ihrem Herrn und Vater an und bat ihn, er möge ihr doch von diesem Manne helfen. Solche Rede durch Schnitt des Königs Herz, dass er habe seine einzige Tochter einem Schneider antrauen müssen, tröstete sie auf das Beste und sagte, sie solle nur in der künftigen Nacht die Schlafkammer öffnen, so sollten vor der Türe etliche Diener stehen und wenn sie wieder solche Worte vernehmen, sollten diese Diener hineingehen und den Mann geradezu umbringen. Das ließ sich die junge Frau gefallen und verhieß also zu tun. Nun hatte der König aber einen Waffenträger am Hofe, der war dem Schneider hold und hatte des Königs untreue Rede gehört, verfügte sich daher eilend zu dem jungen König und eröffnete ihm das schwere Urteil, das über ihn soeben jetzt ergangen und gefällt war und bat ihn, er möge seines Leibes sich nach besten Kräften wehren. Dem sagte der Schneider König ob seines Warnens großen Dank und er wisse wohl, was in dieser Sache zu tun sei. Wie nun die Nacht gekommen war, begab sich zu gewohnter Zeit der junge König mit seiner Gemahlin zur Ruhe und tat bald, als ob er schliefe. Da stand die Frau heimlich auf und öffnete die Tür, worauf sie sich wieder ganz still niederlegte. Nach einer Weile begann der junge König wie im Schlafe zu reden, aber mit heller Stimme, dass die draußen vor der Kammer es wohl hören konnten. Knecht, mache mir die Hosen, betze mir das Wams, oder ich will dir das Ellen Maß über die Ohren schlagen. Ich hab sieben auf einen Streich totgeschlagen, zwei Riesen hab ich totgeschlagen, das Einhorn hab ich gefangen, die Wildsau hab ich auch gefangen. Sollt ich die fürchten, die draußen vor der Kammer stehen, als die vor der Kammer solche Worte vernahmen, so flohen sie nicht anders, als jagten sie tausend Teufel und keiner wollte der sein, der sich an den Schneider wagte. Und so war und blieb das tapfere Schneiderlein ein König, all sein Lebtag und bis an sein Ende. Rapunzel Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben und niemand wagte hinein zu gehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Eines Tags stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Garten hinab. Da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Rapunzeln bepflanzt war, und sie sahen so frisch und grün aus, dass sie lüstern ward und das größte Verlangen empfand, von den Rapunzeln zu essen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, und da sie wusste, dass sie keine davon bekommen konnte, so fiel sie ganz ab, sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann und fragte, was fehlt dir, liebe Frau? Ach, antwortete sie, wenn ich keine Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so sterbe ich. Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, eh du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, es mag kosten, was es will. In der Abenddämmerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Eile eine Hand voll Rapunzeln und brachte sie seiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und aß sie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut geschmeckt, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddämmerung wieder hinab. Als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrak er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. Wie kannst du es wagen? sprach sie mit zornigem Blick. In meinen Garten zu steigen? und wie ein Dieb mir meine Rapunzel zu stehlen. Das soll dir schlecht bekommen. Ach, lasst Gnade für Recht ergehen. Ich habe mich nur aus Not dazu entschlossen. Meine Frau hat eure Rapunzel aus dem Fenster erblickt und empfindet ein so großes Gelüsten, dass sie sterben würde, wenn sie nicht davon zu essen bekommt. Da ließ die Zauberin in ihrem Zorne nach und sprach zu ihm, wer hält es sich so, wie du sagst? So will ich dir gestatten, Rapunzel mitzunehmen. So viel du willst. Allein ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen wie eine Mutter. Der Mann sagte in der Angst alles zu und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der in einem Walde lag und weder Treppen noch Türe hatte. Nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin und rief Rapunzel Rapunzel lasse mir dein Haar herunter. Rapunzel hatte lange prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fenster Haken und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter und die Zauberin stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an dem Turm vorüber kam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, dass er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königs Sohn wollte zu ihr hinaufsteigen und suchte nach einer Türe des Turms, aber es war keine zu finden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag hinaus in den Wald ging und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine Zauberin herankam und hörte wie sie hinauf rief. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Da ließ Rapunzel die Haarflechten herab und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. Ist das die Leiter, auf welcher man hinauf kommt? So will ich auch einmal mein Glück versuchen. Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, ging er zu dem Turme und rief Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Doch der Königssohn fing an, ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie fragte, ob sie ihn zum Manne nehmen wollte und sie sah, dass er jung und schön war, so dachte sie, der wird mich lieber haben als die alte Frau Gotel und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach ich will gerne mit dir gehen aber ich weiß nicht wie ich herabkommen kann wenn du kommst so bring jedes mal einen Strang Seide mit daraus will ich eine Leiter flechten und wenn die fertig ist so steige ich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd sie verabredeten dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen sollte denn bei Tag kam die Alte die Zauberin merkte auch nichts davon bis einmal Rapunzel anfing und zu ihr sagte sag sie mir doch Frau Gotel wie kommt es nur sie wird mir viel schwerer herauf zu ziehen als den jungen Königs sohn der ist in einem Augenblick bei mir ach du gottloses Kind rief die Zauberin was muss ich von dir hören ich dachte ich hätte dich von aller Welt geschieden und du hast mich doch betrogen in ihrem Zorn packte sie die schönen Haare der Rapunzel schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand griff eine Schere mit der rechten und ritsch ratsch waren sie abgeschnitten und die schönen Flechten lagen auf der Erde und sie war so unbarmherzig dass sie die arme Rapunzel in eine Wüstenei brachte wo sie in großem Jammer und Elend leben musste den selben Tag aber wo sie Rapunzel verstoßen hatte machte abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fenster haken fest und als der Königssohn kam und rief Rapunzel Rapunzel lass mir dein Haar herunter so ließ sie die Haare hinab der Königssohn stieg hinauf aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel sondern die Zauberin die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah aha rief sie höhnisch du willst die Frau liebste holen aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr die Katze hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen aus kratzen für dich ist Rapunzel verloren du wirst sie nie wieder erblicken der Königssohn geriet außer sich vor Schmerzen und in der Verzweiflung sprang er den Turm herab das Leben brachte er davon aber die Dornen in die er fiel zerstachen ihm die Augen da irrte er blind im Wald umher aß nichts als Wurzeln und Beeren und tat nichts als Jammern und Weinen über den Verlust seiner liebsten Frau so wanderte er einige Jahre im Elend umher und geriet endlich in die Wüste Nei wo Rapunzel mit den Zwillingen die sie geboren hatte einem Knaben und einem Mädchen kümmerlich lebte er vernahm eine Stimme und sie deuchte ihm so bekannt da ging er darauf zu und wie er herankam er kannte ihn Rapunzel und fiel ihm um den Hals und weinte zwei von ihren Tränen aber benetzten seine Augen da wurden sie wieder klar und er konnte damit sehen wie sonst er führte sie in sein Reich wo er mit Freude empfangen ward und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt und sch und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der gestiefelte Kater Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater. Die Söhne mussten mahlen, der Esel Getreide holen und Mehl forttragen, die Katze dagegen die Mäuse wegfangen. Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne in die Erbschaft. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Da war er traurig und sprach zu sich selbst. Mir ist es doch recht schlimm ergangen. Mein ältester Bruder kann mahlen, meinen Zweiter auf seinem Esel reiten. Was kann ich mit dem Kater anfangen? Ich lass mir ein paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen, dann ist's vorbei. »Hör«, fing der Kater an, der alles verstanden hatte, »du brauchst mich nicht zu töten, um ein paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann. Dann soll dir bald geholfen sein.« Der Müllersohn verwunderte sich, dass der Kater so sprach, weil aber eben der Schuster vorbeiging, rief er ihn herein und ließ ihm die Stiefel anmessen. Als sie fertig waren, zog sie der Kater an, nahm einen Sack, machte dessen Boden voll Korn, band aber eine Schnur drum, womit man ihn zuziehen konnte. Dann warf er ihn über den Rücken und ging auf zwei Beinen, wie ein Mensch, zur Tür hinaus. Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Es war aber eine Not, dass keine zu kriegen waren. Der ganze Wald war voll, aber sie waren so scheu, dass kein Jäger sie erreichen konnte. Das wusste der Kater und gedachte, seine Sache besser zu machen. Als er in den Wald kam, machte er seinen Sack auf, breitete das Korn auseinander, die Schnur aber legte er ins Gras und leitete sie hinter eine Hecke. Da versteckte er sich selber, schlich herum und lauerte. Die Rebhühner kamen bald gelaufen, fanden das Korn und eins nach dem anderen hüpfte in den Sack hinein. Als eine gute Anzahl drinnen war, zog der Kater den Strick zu, lief herbei und drehte ihnen den Hals um. Dann warf er den Sack auf den Rücken und ging geradewegs zum Schloss des Königs. Die Wache rief, »Halt! Wohin? Zum König! Bist du toll! Ein Kater und zum König!« »Lass ihn nur gehen«, sagte ein anderer. »Der König hat doch oft Langeweile. Vielleicht macht ihm der Kater mit seinem Brummen und Spinnen vergnügen.« Als der Kater vor den König kam, machte er eine tiefe Verbeugung und sagte, »Mein Herr, der Graf!« Dabei nannte er einen langen und vornehmen Namen. »Lässt sich dem Herrn König empfehlen und schickt ihm hier Rebhühner!« Wusste der sich vor Freude nicht zu fassen und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. »Das bringe deinem Herrn und danke ihm vielmals für sein Geschenk!« Der arme Müllers Sohn aber saß zu Hause am Fenster, stützte den Kopf auf die Hand und dachte, dass er nun sein letztes Geld für die Stiefel des Katers weggegeben habe und der ihm wohl nichts Besseres dafür bringen könne. Da trat der Kater herein, warf den Sack vom Rücken, schnürte ihn auf und schüttete das Gold vor den Müller hin. »Da! Hast du etwas Gold vom König, der dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt!« Der Müller war froh über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie es zugegangen war. Der Kater aber, während er seine Stiefel auszog, erzählte ihm alles. Dann sagte er, »Du hast jetzt zwar Geld genug, aber dabei soll es nicht bleiben. Morgen ziehe ich meine Stiefel wieder an, dann sollst du noch reicher werden. Dem König habe ich nämlich gesagt, dass du ein Graf bist!« Am anderen Tag ging der Kater, wie er gesagt hatte, wohlgestiefelt wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim. Und ward so beliebt beim König, dass er im Schlosse ein- und ausgehen durfte. Einmal stand der Kater in der Küche des Schlosses beim Herd und wärmte sich. Da kam der Kutscher und fluchte, »Ich wünsche, der König mit der Prinzessin wäre beim Henker. Ich wollte ins Wirtshaus gehen, einmal einen trinken und Karten spielen. Da sollte ich sie spazieren fahren an den See.« Wie der Kater das hörte, schlich er nach Haus und sagte zu seinem Herrn, »Wenn du ein Graf und reich werden willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin.« Der Müller wusste nicht, was er dazu sagen sollte, doch folgte er dem Kater, ging mit ihm, zog sich splitternackt aus und sprang ins Wasser. Der Kater aber nahm seine Kleider, trug sie fort und versteckte sie. Kaum war er damit fertig, da kam der König dahergefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu lamentieren. »Ach, allergnädigster König! Mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben. Da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider gestohlen, die am Ufer lagen. Nun ist der Herr im Wasser und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger darin auffällt, wird er sich erkälten und sterben.« Wie der König das hörte, ließ er anhalten, und einer seiner Leute musste zurückjagen und von des Königs Kleider holen. Der Herr Graf zog dann auch die prächtigen Kleider an, und weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm empfangen zu haben, gewogen war, so mußte er sich zu ihm in die Kutsche setzen. Die Prinzessin war auch nicht bös darüber, denn der Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut. Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wese gekommen, wo über hundert Leute waren und Heu machten, »Wem ist diese Wese, ihr Leute?«, fragte der Kater. »Dem großen Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem diese Wese gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Darauf ging der Kater weiter und kam an ein Kornfeld, so groß, dass es niemand übersehen konnte. Da standen mehr als zweihundert Leute und schnitten das Korn. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« Dem Zauberer. »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet, dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Endlich kam der Kater an einen prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute, fällten die großen Eichen und machten Holz. »Wem ist der Wald, ihr Leute?« »Dem Zauberer.« »Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren, wenn er wissen will, wem der Wald gehört.« »So antwortet?« »Dem Grafen.« »Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.« Der Kater ging noch weiter. Die Leute sahen ihm alle nach. Und weil er so wunderlich aussah und wie ein Mensch in Stiefeln daherging, fürchteten sie sich vor ihm. Er kam bald an des Zauberers Schloss, trat Keck hinein und vor diesen hin. Der Zauberer sah ihn verächtlich an. Dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte, »Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier ganz nach deinem Belieben verwandeln könntest. Was einen Hund, Fuchs oder auch Wolf betrifft, da will ich es wohl glauben, aber von einem Elefant, das scheint mir ganz unmöglich. Und deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen.« Der Zauberer sagte stolz, »Das ist für mich eine Kleinigkeit« und war in dem Augenblick in einen Elefant verwandelt. »Mmm, das ist viel«, sagte der Kater. »Aber auch in einen Löwen?« »Das ist auch nichts«, sagte der Zauberer. Dann stand er als Löwe vor dem Kater. Der Kater stellte sich erschrocken und rief, »Das ist unglaublich und unerhört. Dergleichen hätte ich mir nicht im Traume in die Gedanken kommen lassen. Aber noch mehr als alles andere wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie eine Maus ist verwandeln könntest. Du kannst gewiss mehr als irgendein Zauberer auf der Welt. Aber das wird dir doch zu hoch sein.« Der Zauberer ward ganz freundlich von den süßen Worten und sagte, »Oh ja, liebes Kätzchen, das kann ich auch« und sprang als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater war hinter ihm her, fing die Maus mit einem Satz und fraß sie auf. Der König aber war mit dem Grafen und der Prinzessin weiter spazieren gefahren und kam zu der großen Wiese. »Wem gehört das Heu?« fragte der König. »Dem Herrn Grafen«, riefen alle, wie der Kater ihn befohlen hatte. »Ihr habt da ein schönes Stück Land, Herr Graf«, sagte der König. Danach kamen sie an das große Kornfeld. »Wem gehört das Korn, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen«. »Ei, Herr Graf! Große schöne Ländereien!« Darauf zu dem Wald. »Wem gehört das Holz, ihr Leute?« »Dem Herrn Grafen«. Der König verwunderte sich noch mehr und sagte, »Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf. Ich glaube nicht, dass ich einen so prächtigen Wald habe.« Endlich kamen sie an das Schloss. Der Kater stand oben auf der Treppe und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe auf und sagte, »Herr König!« »Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn des Grafen, den diese Ehre für seinen Lebtag glücklich machen wird.« Der König stieg aus und verwunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte. Da ward die Prinzessin mit dem Grafen versprochen und als der König starb, ward er König, der gestiefelte Kater aber erster Minister. Die Schneekönigin Ein Märchen in sieben Geschichten Erste Geschichte, welche von dem Spiegel und den Scherben handelt. Seht, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, denn es war ein böser Zauberer, einer der allerärgsten. Es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand. Aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, das trat hervor und wurde noch ärger. Die herrlichsten Landschaften der Zauberteufel fuhr nun ein guter, frommer Gedanke durch einen Menschen. Dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, sodass der Zauberteufel über seine künstliche Erfindung lachen musste. Alle, die seine Zauberschule besuchten, denn er hielt Zauberschule, erzählten ringsumher, dass ein Wundergeschehen sei. Nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher, und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen, welcher nicht verdreht darin gewesen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel selbst auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten, sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher, da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entflog und zur Erde stürzte, wo er in hundert Millionen Stücke zersprang. Da gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor, denn einige Stücke waren so groß als ein Sandkorn, und diese flogen ringsherum in der weiten Welt, und wo sie Leute in das Auge bekamen, da blieben sie sitzen, und da sahen die Menschen alles verkehrt, oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine kleine Spiegelscheibe in das Herz, und dann war es ganz gräulich, das Herz wurde einem Klumpen Eise gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben gebraucht wurden, aber durch diese Scheiben taugte es nichts, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen in Brillen, und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu sein. Der Böse lachte, dass ihm beinahe der Bauch platzte, und das kitzelte ihn angenehm, aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Nun werden wir's hören. Zweite Geschichte Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen Drinnen in der großen Stadt, wo so viele Menschen und Häuser sind, so dass dort nicht Platz genug ist, dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und wo sich deshalb die meisten mit Blumen und Blumentöpfen begnügen müssen, da waren doch zwei arme Kinder, die einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren sich so gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten einander gerade gegenüber, sie wohnten in zwei Dachkammern. Da, wo das Dach des einen Nachbarhauses gegen das andere stieß, und die Wasserrinne zwischen den Dächern entlang lief. Hier war in jedem Hause ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so konnte man von dem einen Fenster zum anderen gelangen. Die Eltern hatten draußen jedes einen großen Holzkasten, darin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und ein kleiner Rosenstock. Es stand einer in jedem Kasten, und sie wuchsen herrlich. Nun fiel es den Eltern ein, die Kasten quer über die Rinne zu stellen, so dass sie fast von dem einen bis zum anderen Fenster reichen und zwei Blumenwellen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über die Kasten hinunter, und die Rosenstöcke schossen lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und sich einander entgegenbogen. Es war fast einer Ehrenpforte von Blättern und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und die Kinder wußten, dass sie nicht hinaufkriechen durften, so erhielten sie oft die Erlaubnis, zueinander hinaus zu steigen, auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen, und da spielten sie dann prächtig. Im Winter hatte dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster waren oft ganz zugefroren, aber dann wärmten die Kinder Kupferdreier auf dem Ofen, legten den warmen Dreier gegen die gefrorene Scheibe, und dann entstand da ein rundes, schönes Guckloch. Dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge, eins von jedem Fenster. Das war der kleine Knabe und das kleine Mädchen. Er hieß Karl und sie hieß Grätchen. Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zueinander gelangen. Im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die anderen Treppen hinaufsteigen. Draußen trieb der Schnee. Das sind die weißen Bienen, die schwärmen, sagte die alte Großmutter. Haben Sie auch eine Bienenkönigin? fragte der kleine Knabe. Denn er wusste, dass unter den wirklichen Bienen eine solche ist. Die haben Sie, sagte die Großmutter. Sie fliegt dort, wo sie am dichtesten schwärmen. Sie ist die größte von allen und nie ist sie stiller auf Erden. Sie fliegt wieder in die schwarze Wolke hinauf. Manche Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt und blickt zu den Fenstern hinein und dann gefrieren diese sonderbar. Gleich wie Blumen. Ja, das habe ich gesehen, sagten beide Kinder. Und nun wussten sie, dass es wahr sei. Kann die Schneekönigin hier hereinkommen? fragte das kleine Mädchen. Lass sie nur kommen, sagte der Knabe. Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und dann schmilzt sie. Aber die Großmutter kletterte sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Karl zu Hause und halb entkleidet war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und guckte aus dem kleinen Loche. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine derselben, die allergrößte, blieb auf dem Rande des einen Blumenkasten liegen. Sie wuchs mehr und mehr und wurde zuletzt ein ganzes Frauenzimmer in den feinsten weißen Flur gekleidet, der wie von Millionen sternartiger Flocken zusammengesetzt war. Sie war schön und fein, aber von Eis, dem blendenden, blinkenden Eise und doch war sie lebend. Die Augen blitzten wie zwei klare Sterne, aber es war keine Ruhe noch Rast in ihnen. Sie nickte dem Fenster zu und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhle hernieder. Da war es, als ob draußen vor dem Fenster ein großer Vogel vorbeiflöge. Am nächsten Tage wurde es klarer Frost und dann kam das Frühjahr. Die Sonne schien, das Grün keimte hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und die kleinen Kinder saßen wieder in ihrem kleinen Garten, hoch oben in der Dachrinne über allen Stockwerken. Die Rosen blühten diesmal prachtvoll. Das kleine Mädchen hatte in diesem Sommer ein Lied gelernt, in welchem auch von Rosen die Rede war. Und bei den Rosen dachte sie an ihre eigenen. Und sie sang es dem kleinen Knaben vor. Und er sang mit. Die Rosen, sie blühen und verwehen. Wir werden das Christkind wiedersehen. Und die Kleinen hielten einander bei den Händen, küßten die Rosen und blickten in Gottes klaren Sonnenschein hinein und sprachen zu demselben, als ob das Jesuskind da wäre. Was waren das für herrliche Sommertage! Wie schön war es draußen, bei den frischen Rosenstöcken, welche mit dem Blühen nie aufhören zu wollen schienen. Karl und Gretchen saßen und blickten in das Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Da war es, die Uhr schlug gerade fünf auf dem großen Kirchturme, dass Karl sagte, Au, es stach mir in das Herz. Und nun flog mir etwas in das Auge. Das kleine Mädchen nahm ihn um den Hals. Er blinzelte mit den Augen, aber es war gar nichts zu sehen. Ich glaube, es ist fort, sagte er. Aber weg war es nicht. Es war eins von den Glaskirnern, welches vom Spiegel gesprungen war, dem Zauberspiegel. Wir entsinnen uns seiner Wohl. Das hässliche Glas, welches alles Große und Gute, was sich darin abspiegelte, klein und hässlich machte, aber das Böse und Schlechte trat ordentlich hervor, und jeder Fehler an einer Sache war gleich zu bemerken. Der arme Karl hatte auch ein Korn gerade in das Herz hineinbekommen. Das wird nun bald wie ein Eisklumpen werden. Nun tat es nicht mehr weh, aber es war da. Weshalb weinst du, fragte er. So siehst du hässlich aus. Mir fehlt ja nichts. Pfui, rief er auf einmal. Die Rose dort hat einen Wurmstich. Und sieh, diese da ist ja ganz schief. Im Grunde sind es hässliche Rosen. Sie gleichen dem Kasten, in welchem sie stehen. Und dann stieß er mit dem Fuß gegen den Kasten und riss die beiden Rosen ab. Karl, was machst du? rief das kleine Mädchen. Und als er ihren Schreck gewahr wurde, riss er noch eine Rose ab und lief dann in sein Fenster hinein, von dem kleinen, lieblichen Gretchen fort. Wenn sie später mit dem Bilderbuche kam, dann sagte er, dass das für Säuglinge sei und erzählte die Großmutter Geschichten, so kam er immer mit einem Aber. Ja, konnte er dazu gelangen, dann ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und sprach ebenso wie sie. Das machte er ganz treffend und dann lachten die Leute über ihn. Bald konnte er allen Menschen in der ganzen Straße nachsprechen und nachgehen. Alles, was ihnen eigen und unschön war, das wusste Karl nachzumachen. Und dann sagten die Leute, das ist sicher ein ausgezeichneter Kopf, den der Knabe hat. Aber das war das Glas, was ihm in das Auge gekommen, das Glas, welches ihm im Herzen saß. Daher kam es, dass er selbst das kleine Gretchen neckte, die ihm von ganzem Herzen gut war. Seine Spiele wurden nun ganz anders als früher, sie wurden ganz verständig. An einem Wintertage, als es schneite, kam er mit einem großen Brennglase, hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. Sieh nun in das Glas, Gretchen, sagte er. Und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein zehneckiger Stern. Es war schön anzusehen. Siehst du, wie künstlich, sagte Karl, das ist weit hübscher als die wirklichen Blumen und es ist kein einziger Fehler daran. Sie sind ganz regelmäßig. Wenn sie nur nicht schmelzen würden. Bald darauf kam Karl mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken und rief Gretchen in die Ohren. Ich habe Erlaubnis erhalten, auf den großen Platz zu fahren, wo die anderen Knaben spielen. Und weg war er. Dort auf dem Platze banden oft die kecksten Knaben ihre Schlitten an die Wagen der Landleute fest. Und dann fuhren sie ein gutes Stück Weges mit. Das ging prächtig. Als sie im besten Spiele waren, da kam ein großer Schlitten, der war ganz weiß angestrichen und darin saß jemand in einen rauen weißen Pelz gehüllt und mit einer weißen rauen Mütze. Der Schlitten fuhr zweimal herum um den Platz und Karl band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest und nun fuhr er mit. Es ging rascher und rascher gerade hinein in die nächste Straße. Der, welcher fuhr, wendete das Haupt und nickte freundlich zu. Es war gerade, als ob sie einander kannten. Jedes Mal, wenn Karl seinen kleinen Schlitten ablösen wollte, nickte die Person wieder und dann blieb Karl sitzen. Sie fuhren endlich zum Stadttor hinaus. Da begann der Schnee so stark hernieder zu fallen, dass der kleine Knabe keine Hand vor sich erblicken konnte, aber er fuhr davon. Da ließ er schnell die Schnur fallen, um von dem großen Schlitten loszukommen, aber das half nichts. Sein kleines Fahrzeug hing fest und es ging mit Windeseile. Da rief er ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee trieb und der Schlitten flog von Dannen. Mitunter gab es einen Sprung. Es war als führe er über Gräben und Hecken. Er war ganz erschrocken, er wollte seinen Vater Unser beten, aber er konnte sich nur des Großen Einmaleins entsinnen. Die Schneeflocken wurden größer und größer, zuletzt sahen sie aus wie große weiße Hühner. Auf einmal sprangen sie zur Seite, der große Schlitten hielt, und die Person, die ihn fuhr, erhob sich. Pelz und Mütze waren ganz und gar von Schnee, es war eine Dame, hoch und schlank, glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. Wir sind gut gefahren, fügte sie, aber wer wird frieren? Krieche in meinen Bärenpels. Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten, schlug den Pelz um ihn, und es war, als versinke er in einem Schneetreiben. Friert dich noch? fragte sie, und dann küsste sie ihn auf die Stirn. Oh, das war kälter als Eis, das ging ihm gerade hinein bis an sein Herz, welches ja doch zur Hälfte ein Eisklumpen war. Es war, als sollte er sterben, aber nur einen Augenblick, dann tat es ihm gerade recht wohl. Er spürte nichts mehr von der Kälte ringsumher. Meinen Schlitten, vergiss nicht meinen Schlitten, daran dachte er zuerst, und der wurde an eines der weißen Hühner festgebunden, und dieses flog hinterher, mit dem Schlitten auf dem Rücken. Die Schneekönigin küsste Karl nochmals, und dann hatte er das kleine Gretchen, die Großmutter, und alle daheim vergessen. Nun bekommst du keine Küsse mehr, sagte sie, denn sonst küsse ich dich tot. Karl sah sie an. Sie war sehr schön. Ein klügeres, lieblicheres Antlitz konnte er sich nicht denken. Sie erschien ihn nun nicht von Eis, wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm winkte. In seinen Augen war sie vollkommen. Er fühlte gar keine Furcht. Er erzählte ihr, dass er im Kopf rechnen könnte, und zwar mit Brüchen. Er wisse die Größe des Landes und die Einwohnerzahl und sie lächelte immer. Das kam ihm vor, als wäre es noch nicht genug, was er wisse. Und er blickte hinauf in den großen, großen Luftraum und sie flog mit ihm, flog hoch hinauf in die schwarze Wolke und der Sturm sauste und brauste. Es war, als sänge er alte Lieder. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder. Unter ihnen sauste der kalte Wind. Die Wölfe heulten, der Schnee funkelte. Über demselben flogen die schwarzen schreienden Krähen dahin. Aber auch oben schien der Mond, groß und klar und den betrachtete Karl die lange, lange Winternacht. Am Tage schlief er zu den Füßen der Schneekönigin. Schönen und schlief 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 und schlief den schlief schlief Dritte Geschichte Der Blumengarten bei der Frau, welche zaubern konnte. Aber wie erging es dem kleinen Gretchen, als Karl nicht zurückkehrte? Wo war er doch geblieben? Niemand wusste es. Niemand konnte Bescheid geben. Die Knaben erzählten nur, dass sie ihn seinen Schlitten an einen prächtig großen Habenbinden sehen, der in die Straße hinein und aus dem Stadttore gefahren sei. Niemand wusste, wo er war. Viele Tränen flossen, das kleine Gretchen weinte viel und lange. Dann sagte sie, er sei tot. Er sei im Flusse versunken, der nahe bei der Stadt vorbeifloß. Oh, das waren recht lange, finstere Wintertage. Nun kam der Frühling mit warmen Sonnenschein. Karl ist tot, sagte das kleine Gretchen. Das glaube ich nicht, sagte der Sonnenschein. Er ist tot, sagte sie zu den Schwalben. Das glauben wir nicht, erwiderten diese. Und am Ende glaubte das kleine Gretchen es auch nicht. Ich will meine neuen roten Schuhe anziehen, sagte sie eines Morgens. Die, welche Karl noch nie gesehen hat. Und dann will ich zum Flusse hinuntergehen und diesen nach ihm fragen. Es war noch ganz früh. Sie küsste die alte Großmutter, welche noch schlief, zog die roten Schuhe an und ging ganz allein aus dem Stadttore nach dem Flusse. Ist es wahr, dass du meinen kleinen Spielkameraden genommen hast? Ich will dir meine roten Schuhe geben, wenn du mir ihn wiedergeben willst. Und es war, als nickten die Wogen sonderbar. Dann nahm sie ihre roten Schuhe, das, was sie am liebsten hatte, und warf sie beide in den Fluss hinaus. Aber sie fielen dicht an das Ufer, und die kleinen Wellen trugen sie ihr wieder an das Land. Es war, als wollte der Fluss das Liebste, was sie hatte, nicht nehmen, weil er den kleinen Karl ja nicht hatte. Gretchen aber glaubte nun, dass sie die Schuhe nicht weit genug hinausgeworfen habe, und so kroch sie in ein Boot, welches im Schilfe lag, ging ganz an das Ende desselben, und warf die Schuhe von da aus in das Wasser. Aber das Boot war nicht festgebunden, und bei der Bewegung, welche sie verursachte, glitt es vom Lande ab. Sie bemerkte es und beeilte sich fortzukommen, aber ehe sie zurückkam, war das Boot über eine Elle vom Lande, und nun trieb es schneller von dannen. Da wurde das kleine Gretchen ganz erschrocken und fing an zu weinen, aber niemand außer den Sperlingen hörte sie, und die konnten sie nicht an das Land tragen, aber sie flogen längs dem Ufer und sangen gleichsam, um sie zu trösten. Hier sind wir! Hier sind wir! Das Boot trieb mit dem Strome. Das kleine Gretchen saß ganz still in den bloßen Strümpfen. Ihre kleinen roten Schuhe trieben hinterher, aber sie konnten das Boot nicht erreichen. Das hatte stärkere Fahrt. Hübsch war es an beiden Ufern. Schöne Blumen, alte Bäume und Abhänge mit Schafen und Kühen. Aber nicht ein Mensch war zu erblicken. Vielleicht trägt mich der Fluss zu dem kleinen Karl hin, dachte Gretchen, und da wurde sie heiter, erhob sich und betrachtete viele Stunden die schönen grünen Ufer. Dann gelangte sie zu einem großen Kirschengarten, worin ein kleines Haus mit sonderbar roten und blauen Fenstern war. Übrigens hatte es ein Strohdach, und draußen standen zwei hölzerne Soldaten, die vor den Vorbeisegelnden das Gewehr schulterten. Gretchen rief nach ihnen. Sie glaubte, dass sie lebend seien, aber sie antworteten natürlich nicht. Sie kamen ihnen ganz nahe. Der Fluss trieb das Boot gerade auf das Land zu. Gretchen rief noch lauter, und da kam eine alte, alte Frau aus dem Hause, die sich auf einen Krückenstock stützte. Sie hatte einen großen Sonnenhut auf, und der war mit den schönsten Blumen bemalt. Du kleines, armes Kind, sagte die alte Frau. Wie bist du doch auf den großen, reißenden Strom gekommen und weit in die Welt hinausgetrieben? Und dann ging die alte Frau an das Wasser, erfasste mit ihrem Krückstock das Boot, zog es an das Land und hob das kleine Gretchen heraus. Diese war froh, wieder auf das Trockene zu gelangen, obgleich sie sich vor der alten Frau ein wenig fürchtete. Komm doch und erzähle mir, wer du bist und wie du hierher kommst, sagte sie. Gretchen erzählte ihr alles, und die alte schüttelte mit dem Kopf er und sagte, Hm, hm, und als ihr gleichen alles gesagt und gefragt hatte, ob sie nicht den kleinen Karl gesehen habe, sagte die Frau, dass er nicht vorbeigekommen sei. Aber er komme wohl noch. Sie solle nur nicht betrübt sein, sondern die Kirschen kosten, ihre Blumen betrachten, die seien schöner als irgendein Bilderbuch. Eine jede könne eine Geschichte erzählen. Da nahm sie Gretchen bei der Hand, sie gingen in das kleine Haus hinein, und die alte Frau schloss die Türe zu. Die Fenster lagen sehr hoch, und die Scheiben waren rot, blau und gelb, und das Tageslicht schien ganz sonderbar herein. Aber auf dem Tische standen die schönsten Kirschen, und Gretchen aß davon, so viel sie wollte, denn das war ihr erlaubt. Während sie speiste, kämpfte die alte Frau ihr Haar mit einem goldenen Kamme, und das Haar ringelte sich und glänzte herrlich gelb rings um das kleine freundliche Antlitz, welches rund war und wie eine Rose aussah. Nach einem so lieben kleinen Mädchen habe ich mich schon lange gesehnt, sagte die Alte. Nun wirst du sehen, wie gut wir miteinander leben werden. Und so wie sie dem kleinen Gretchen das Haar kämmte, vergaß diese mehr und mehr ihren Kameraden Karl, denn die alte Frau konnte zaubern. Aber eine böse Zauberin war sie nicht. Sie zauberte nur ein bisschen zu ihrem eigenen Vergnügen und wollte gern das kleine Gretchen behalten. Deshalb ging sie hinaus in den Garten, streckte ihren Rückstock gegen alle Rosensträuche aus, und wie schön sie auch blühten, so sanken sie alle in die schwarze Erde hinunter, und man konnte nicht sehen, wo sie gestanden hatten. Die Alte fürchtete, dass Gretchen, wenn sie die Rosen erblickte, an ihre eigenen Denken, sich dann des kleinen Karl erinnern und davonlaufen würde. Nun führte sie Gretchen in den Blumengarten. Was war da für ein Duft und eine Herrlichkeit? Alle nur denkbaren Blumen für jede Jahreszeit standen hier in der prächtigsten Blüte. Kein Bilderbuch konnte hübscher und bunter sein. Gretchen sprang vor Freude und spielte, bis die Sonne hinter den hohen Kirschbäumen unterging. Dann bekam sie ein schönes Bett mit roten Seidenkissen, die mit Feichen gestopft waren, und sie schlief und träumte da so herrlich, wie nur eine Königin an ihrem Hochzeitstage. Ab nächsten Tage konnte sie wieder mit den Blumen im warmen Sonnenschein spielen. So verflossen viele Tage, Gretchen kannte jede Blume, aber wie viele es auch waren, so war es ihr doch, als ob eine fehlte. Aber welche, das wusste sie nicht. Da sitzt sie eines Tages und betrachtet den Sonnenhut der alten Frau mit den gemalten Blumen, und gerade die schönste darunter war eine Rose. Die Alte hatte vergessen, diese vom Hute wegzuwischen, als sie die anderen in die Erde verbannte. Aber so ist es, wenn man die Gedanken nicht immer gesammelt hat. Was? sagte Gretchen. Sind hier keine Rosen? Und sprang zwischen die Beete, suchte und suchte, aber da waren keine zu finden. Da setzte sie sich hin und weinte, aber ihre Tränen fielen gerade auf eine Stelle, wo ein Rosenstrauch versunken war. Und als die warmen Tränen die Erde benetzten, schoss der Strauch auf einmal empor, so blühend, als er versunken war. Und Gretchen umarmte ihn, küßte die Rosen und gedachte der herrlichen Rosen daheim und mit ihnen auch des kleinen Karl. Oh, wie bin ich aufgehalten worden, sagte das kleine Mädchen. Ich wollte ja den kleinen Karl suchen. Wisst ihr nicht, wo er ist? fragte sie die Rosen. Glaubt ihr, er sei tot? Tod ist er nicht, sagten die Rosen. Wir sind ja in der Erde gewesen. Dort sind ja alle die Toten. Aber Karl war nicht da. Ich danke euch, sagte das kleine Gretchen. Und sie gingen zu den anderen Blumen hin, sah in deren Kelch hinein und fragte, wisst ihr nicht, wo der kleine Karl ist? Aber jede Blume stand in der Sonne. und träumte ihr eigenes Märchen oder Geschichtchen. Davon hörte Gretchen viele, viele. Aber keine wusste etwas von Karl. Und was sagte denn die Feuerlilie? Hörst du die Trommel? Bumm, Bumm. Es sind nur zwei Töne. Immer Bumm, Bumm. Hörb. Hörte Frauen auch, Frau Bumm. Hörst du den�� Arm? Höre den Ruf der Priester! In ihrem langen roten Mantel steht das Hindu-Weib auf dem Scheiterhaufen. Die Flammen lodern um sie und ihren toten Mann empor. Aber das Hindu-Weib denkt an den Lebenden hier im Greise, an ihn, dessen Augen heißer als die Flammen brennen, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührt als die Flammen, welche bald ihren Körper zu Asche verbrennen. Kann die Flamme des Herzens in der Flamme des Scheiterhaufens ersterben? Das verstehe ich durchaus nicht, sagte das kleine Gretchen. Das ist mein Märchen, sagte die Feuerlilie. Was sagten die Winde? Über den schmalen Feldweg hinaus hängt eine alte Ritterburg. Dichtes Immergrün wächst um die alten roten Mauern empor, Blatt an Blatt um den Altan herum, und da steht ein schönes Mädchen. Sie beugt sich über das Geländer hinaus und sieht den Weg hinunter. Keine Rose hängt frischer an den Zweigen als sie. Keine Apfelblüte, wenn der Wind sie dem Baume entführt, ist schwebender als sie. Wie rauscht das prächtige Seidengewand? Kommt er noch nicht? Ist es Karl, den du meinst? fragte das kleine Gretchen. Ich spreche nur von meinem Märchen, meinem Traume, erwiderten die Winde. Was sagt die kleine Schneeblume? Zwischen Bäumen hängt an Seilen das lange Brett. Das ist eine Schaukel. Zwei niedliche, kleine Mädchen. Die Kleider sind weiß wie der Schnee. Lange grüne Seidenbänder flattern vor den Hüten, sitzen und schaukeln sich. Der Bruder, welcher größer ist als sie, steht in der Schaukel. Er hat den Arm um das Seil geschlagen, um sich zu halten, denn in der einen Hand hält er eine kleine Schale, in der anderen eine Tonpfeife. Er bläst Seifenblasen. Die Schaukel geht und die Blasen fliegen mit schönen wechselnden Farben. Die letzte hängt noch am Pfeifenstiele und biegt sich im Winde. Die Schaukel geht. Der kleine schwarze Hund, leicht wie die Blasen, erhebt sich auf den Hinterfüßen und will mit in die Schaukel. Sie fliegt. Der Hund fällt, bellt und ist böse. Er wird geneckt. Die Blasen bersten. Ein schaukelndes Brett, ein zerspringendes Schaumbild ist mein Gesang. Es ist wohl möglich, dass es hübsch ist, was du erzählst. Aber du sagst es so traurig und erwähnst des kleinen Karl gar nicht. Was sagen die Hyazinthen? Es waren drei schöne Schwestern, durchsichtig und fein. Das Kleid der einen war rot, das der anderen blau, das der dritten ganz weiß. Hand in Hand tanzten sie beim stillen See im klaren Mondscheine. Es waren keine Elfen, es waren Menschenkinder. Dort duftete es süß, und die Mädchen verschwanden denn im Walde. Der Duft wurde stärker. Drei Särge, darin lagen die schönen Mädchen, Klitten von des Waldes dickigt über den See dahin. Die Johanneswürmchen flogen leuchtend ringsumher als kleine schwebende Lichter. Schlafen die tanzenden Mädchen oder sind sie tot? Der Blumenduft sagt, sie sind Leichen. Die Abendglocke läutet den Grabgesang. Du machst mich ganz betrübt, sagte das kleine Gretchen. Du duftest so stark, ich muss an die toten Mädchen denken. Ach, ist denn der kleine Karl wirklich tot? Die Rosen sind unten in der Erde gewesen, und sie sagten nein. Kling-klang, läuteten die Hyazinthen-Glocken. Wir läuten nicht für den kleinen Karl. Wir kennen ihn nicht. Wir singen nur unser Lied. Das einzige, welches wir können. Und Gretchen ging zur Butterblume, die aus den glänzenden grünen Blättern hervorschehen. Du bist eine kleine, klare Sonne, sagte Gretchen. Sage mir, ob du weißt, wo ich meinen Gespielen finden kann? Und die Butterblume glänzte so schön und sah wieder auf Gretchen. Welches Lied konnte die Butterblume wohl singen? Es handelte auch nicht von Karl. In einem kleinen Hofe schien die liebe Gottes Sonne am ersten Frühlingstage schön warm. Ihre Strahlen glitten an des Nachbarhauses weißen Wänden hinab. Dicht dabei wuchs die erste gelbe Blume und glänzte golden in den warmen Sonnenstrahlen. Die alte Großmutter saß draußen in ihrem Stuhl. Die Enkelin, ein armes, schönes Dienstmädchen, kehrte von einem kurzen Besucherheim. Sie küsste die Großmutter. Es war Gold, Herzensgold in dem gesegneten Kusse. Gold im Munde, Gold im Grunde, Gold dort in der Morgenstunde. Sie? Das ist meine kleine Geschichte, sagte die Butterblume. Meine arme, alte Großmutter, seufzte Gretchen. Ja, sie sehnt sich gewiss nach mir, ist betrübt über mich. Ebenso, wie sie es über den kleinen Karl war. Aber ich komme bald wieder nach Hause und dann bringe ich ihn mit. Es nützt zu nichts, dass ich die Blumen frage. Die wissen nur ihr eigenes Lied. Sie geben mir keinen Bescheid. Und dann band sie ihr kleines Kleid auf, damit sie rascher gehen könne. Aber die Pfingstlilie schlug ihr über das Bein, indem sie darüber hinsprang. Da blieb sie stehen, betrachtete die lange gelbe Blume und fragte, Weißt du vielleicht etwas? Und sie bog sich ganz zur Pfingstlilie herab. Und was sagte die? Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen, sagte die Pfingstlilie. Oh, oh, wie ich dufte. Oben, in dem kleinen Erkerzimmer, steht halb bekleidet eine kleine Tänzerin. Sie steht bald auf einem Beine, bald auf beiden. Sie tritt die ganze Welt mit Füßen. Sie ist nichts als Augenverblendung. Sie gießt Wasser aus dem Teetopf auf ein Stück Zeug aus, welches sie hält. Es ist der Schnürleib. Reinlichkeit ist eine schöne Sache. Das weiße Kleid hängt am Haken. Das ist auch im Teetopf gewaschen und auf dem Dache getrocknet. Sie zieht es an, nimmt das Safran-gelbe Tuch um den Hals. So scheint das Kleid weißer. Das Bein ausgestreckt. Sie, wie sie auf einem Stiele prangt. Ich kann mich selbst erblicken. Ich kann mich selbst sehen. Darum kümmere ich mich gar nicht, sagte Gretchen. Das brauchst du mir nicht zu erzählen. Und dann lief sie nach dem Ende des Gartens. Die Tür war verschlossen. Aber sie drückte auf die verrostete Klinke, sodass diese losging. Die Tür sprang auf. Und da lief das kleine Gretchen mit bloßen Füßen in die weite Welt hinaus. Sie blickte dreimal zurück. Aber da war niemand, der sie verfolgte. Zuletzt konnte sie nicht mehr gehen und setzte sich auf einen großen Stein. Und als sie ringsum sah, war der Sommer vorbei. Es war Spätherbst. Längsumher sah es kalt und rau aus. Die langen Weidenblätter waren ganz gelb. Und der Tau tröpfelte als Wasser herab. Ein Blatt fiel nach dem anderen ab. Nur der Schlehendorn trug noch Früchte. Die waren herbe und zogen den Mund zusammen. Oh, wie war es grau und schwer in der weiten Welt. Vierte Geschichte Prinz und Prinzessin Gretchen musste wieder ausruhen. Da hüpfte dort auf dem Schnee, der Stelle, wo sie saß, gerade gegenüber, eine große Krähe. Die hatte lange gesessen. Sie betrachtet und mit dem Kopfe gewackelt. Nun sagte sie Krah, Krah, gut Tag, gut Tag. Besser konnte sie es nicht herausbringen. Aber sie meinte es gut mit dem kleinen Mädchen. Und fragte, wohin sie allein in die weite Welt hinausgehe. Das Wort allein verstand Gretchen sehr wohl und fühlte recht, wie viel darin lag. Und dann erzählte sie der Krähe ihr ganzes Leben und Geschick und fragte, ob sie Karl nicht gesehen habe. Die Krähe nickte ganz bedächtig und sagte Das könnte... sein! Wie? Glaubst du? rief das kleine Mädchen und hätte fast die Krähe tot gedrückt. So küsste sie diese. Vernünftig! Vernünftig! sagte die Krähe. Ich glaube... Ich weiß... Ich glaube... Es kann der kleine Karl sein. Nein! Aber nun hat er dich sicher über der Prinzessin vergessen. Wohnt er bei einer Prinzessin? fragte Gretchen. Ja, höre! sagte die Krähe. Aber es fällt mir schwer, deine Sprache zu sprechen. Verstehst du die Krähen-Sprache? Dann will ich besser erzählen. Nein, diese habe ich nicht gelernt, sagte Gretchen. Aber die Großmutter konnte sie. Und auch die P-Sprache konnte sie sprechen. Hätte ich es nur gelernt... Schadet gar nichts, sagte die Krähe. Ich werde erzählen, so gut ich kann. Aber schlecht wird es immer. Dann erzählte sie, was sie wusste. In diesem Königreich, in welchem wir jetzt sitzen, wohnt eine Prinzessin. Die ist ganz außerordentlich klug. Aber sie hat auch alle Zeitungen, die es in der Welt gibt, gelesen und wieder vergessen. So klug ist sie. Vor kurzem sitzt sie auf dem Throne. Und das ist doch nicht angenehm, sagt man. Da fängt sie an, ein Lied zu singen. Weshalb sollte ich mich nicht verheiraten? Höre, da ist etwas daran, sagte sie. Und so wollte sie sich verheiraten. Aber sie wollte einen Mann haben, der zu antworten verstand, wenn man mit ihm sprach. Einen, der nicht nur stand und vornehm aussah, denn das ist zu langweilig. Nun ließ sie alle Hofdamen zusammen trommeln. Und als diese hörten, was sie wollte, wurden sie sehr vergnügt. Das mag ich leiden, sagten sie. Daran dachte ich neulich auch. Du kannst glauben, dass jedes Wort, was ich sage, wahr ist, sagte die Krähe. Ich habe eine zahme Geliebte. Die geht frei im Schlosse umher und die hat mir alles erzählt. Die Geliebte war natürlicherweise auch eine Krähe. Denn eine Krähe sucht die andere und das bleibt immer eine Krähe. Die Zeitungen kamen zugleich mit einem Rande von Herzen und der Prinzessin Namenszug heraus. Man konnte darin lesen, dass es jedem jungen Mann, der gut aussah, freistehr auf das Schloss zu kommen und mit der Prinzessin zu sprechen. Und derjenige, welcher Rede, dass man hören könne, er sei dort zu Hause und der am besten spreche, den wolle die Prinzessin zum Mann nehmen. Ja, ja, sagte die Krähe. Du kannst mir glauben. Es ist so gewiss wahr, als ich hier sitze. Die Leute strömten herzu. Da war ein Gedränge und ein Laufen. Aber es glückte nicht. Weder den ersten noch den zweiten Tag. Sie konnten alle gut sprechen, wenn sie draußen auf der Straße waren. Aber wenn sie in das Schlosstor traten und sahen die Wachen in Silber und die Treppen hinauf die Diener in Gold und die großen erleuchteten Säle, dann wurden sie verwirrt und standen sie vor dem Throne, wo die Prinzessin saß. Dann wussten sie nichts zu sagen, als das letzte Wort, was sie gesprochen hatte. Und sie kümmerte sich nicht darum, das noch einmal zu hören. Es war gerade, als ob die Leute da drinnen Schnupftabak auf den Magen bekommen hätten und in den Schlaf gefallen wären, bis sie wieder auf die Straße kamen. Dann konnten sie wieder sprechen. Da stand eine ganze Reihe, vom Stadttor an bis zum Schloss. Ich war selbst drinnen, um es zu sehen, sagte die Krähe. Sie wurden sowohl hungrig wie dorstig, aber auf dem Schloss erhielten sie nicht einmal ein Glas Wasser. Zwar hatten einige der klügsten Butterbrot mitgenommen, aber sie teilten nicht mit ihren Nachbarn. Sie dachten, lass ihn nur hungrig aussehen, dann nimmt die Prinzessin ihn nicht. Aber Karl, der kleine Karl, fragte Gretchen. Wann kam der? War er unter der Menge? Warte, warte! Nun sind wir gerade bei ihm. Es war am dritten Tag. Da kam eine kleine Person, ohne Pferd oder Wagen, ganz fröhlich gerade auf das Schloss marschiert. Seine Augen glänzten wie deine. Er hatte schöne lange Haare, aber sonst ärmliche Kleider. Das war Karl, jubelte Gretchen. Oh, dann habe ich ihn gefunden. Und dann klatschte sie in die Hände. Er hatte ein kleines Ränzel auf dem Rücken, sagte die Krähe. Nein, das war sicher sein Schlitten, sagte Gretchen, denn mit dem Schlitten ging er fort. Das kann wohl sein, sagte die Krähe. Ich sah nicht so genau danach. Aber das weiß ich von meiner zahmen Geliebten, dass, wie er in das Schlosstor kam und die Leibwache in Silber und die Treppe hinauf die Diener in Gold sah, er nicht im Mindesten verlegen wurde, nickte und zu ihnen sagte, das muss langweilig sein, auf der Treppe zu stehen. Ich gehe lieber hinein. Da glänzten die Säle von Lichtern. Geheimräte und Staatsräte gingen auf bloßen Füßen und trugen Goldgefäße. Man konnte wohl bedenklich werden. Seine Stiefel knarrten gewaltig laut, aber ihm wurde doch nicht bange. Das ist ganz gewiss, Karl, sagte Gretchen. Ich weiß, er hatte neue Stiefel. Ich hab sie in der Großmutterstube knarren hören. Ja, sie knarrten, sagte die Krähe. Und fröhlich ging er gerade zur Prinzessin hinein, die auf einer großen Perle saß, welches so groß wie ein Spinnrad war. Alle Hofdamen mit ihren Jungfern und den Jungfern der Jungfern und alle Ritter mit ihren Dienern und den Dienern der Diener, die wieder einen Burschen hielten, standen ringsherum aufgestellt. Und je näher sie der Tür standen, desto stolzer sahen sie aus. Des Dieners Dieners Burschen, der immer in Pantoffeln geht, darf man kaum anzusehen wagen, so stolz steht er in der Tür. Das muss gräulich sein, sagte das kleine Gretchen. Und Karl? Hat doch die Prinzessin erhalten? Wäre ich nicht grä gewesen, so hätte ich sie genommen. Und dass ungeachtet ich verlobt bin. Er soll ebenso gut gesprochen haben, wie ich spreche, wenn ich die gräensprache rede. Das habe ich von meiner zahmen Geliebten gehört. Er war fröhlich und gliedlich. Er war gar nicht gekommen zum Freien, sondern nur, um der Prinzessin Klugheit zu hören. Und die fand er gut. Und sie fand ihn wieder gut. Ja, sicher. Das war Karl, sagte Gretchen. Er war so klug. Er konnte die Kopfrechnung mit Brüchen. Oh, willst du mich nicht auf dem Schlosse einführen? Ja, das ist leicht gesagt, sagte die Krähe. Aber wie machen wir das? Ich werde darüber mit meiner zahmen Geliebten sprechen. Sie kann uns wohl Rat erteilen, denn, das muss ich dir sagen, so ein kleines Mädchen wie du bist, bekommt nie Erlaubnis, hineinzukommen. Ja, die erhalte ich, sagte Gretchen. Wenn Karl hört, dass ich da bin, kommt er so gleich heraus und holt mich. Erwarte mich dort am Gitter, sagte die Krähe, wackelte mit dem Kopf und flog davon. Erst als es spät Abend war, kehrte die Krähe zurück. Rar, rar, sagte sie. Ich soll dich vielmal von ihr grüßen. Und hier ist ein kleines Brot für dich. Das nahm sie aus der Küche. Da ist Brot genug. Und du bist sicher hungrig. Es ist nicht möglich, dass du in das Schloss hineinkommst. Du hast ja bloße Füße. Die Wachen in Silber und die Wachen in Silber. Und als auf dem Schlosse die Lichter ausgelöscht wurden, das eine nach dem anderen, führte die Krähe das kleine Gretchen zu einer Hintertür, die angelehnt stand. Oh, wie Gretchens Herz vor Angst und Sehnsucht pochte. Es war ihr, als ob sie etwas Böses tun wollte. Und sie wollte ja doch nur wissen, ob der kleine Karl da sei. Ja, er musste hier sein. Sie gedachte ganz deutlich seiner klaren Augen, seines langen Haares. Sie konnte ihn lächeln sehen, wie damals, als sie daheim unter den Rosen saßen. Er würde sicher froh sein, sie zu erblicken, zu hören, welchen langen Weg sie um seinetwillen zurückgelegt. Zu wissen, wie betrübt sie alle daheim gewesen, als er nicht wiedergekommen. Oh, das war eine Furcht und eine Freude. Nun waren sie auf der Treppe. Da brannte eine kleine Lampe auf einem Schranke und mitten auf dem Fußboden stand die zahme Krähe und wendete den Kopf nach allen Seiten und betrachtete Gretchen, die sich verneigte, wie die Großmutter sie gelehrt hatte. Mein Verlobter hat mir sehr viel Gutes von Ihnen gesagt, mein liebes Fräulein, sagte die zahme Krähe. Ihr Lebenslauf ist auch sehr rührend, wollen sie die Lampe nehmen, dann werde ich vorangehen. Wir gehen hier den geraden Weg, denn da begegnen wir niemand. Es ist mir, als käme gerade jemand hinter uns, sagte Gretchen, und es sauste an ihr vorbei. Es war wie Schatten an der Wand entlang, Pferde mit fliegenden Mähnen und dünnen Beinen, Jägerburschen, Herren und Damen zu Pferde. »Das sind nur Träume«, sagte die Krähe. »Die kommen und holen der hohen Herrschaft Gedanken zur Jagd ab. Das ist recht gut, dann können Sie sie besser im Bette betrachten. Aber ich hoffe, wenn Sie zu Ehren und Würden gelangen, dass Sie dann ein dankbares Herz zeigen werden. »Darüber bedarf es keiner Worte«, sagte die Krähe vom Wald. Nun kamen sie in den ersten Saal. Der war von rosenrotem Atlas mit künstlichen Blumen an den Wänden hinauf. Hier sausten die Träume schon an ihnen vorüber, aber sie fuhren so schnell, dass Gretchen nicht die hohen Herrschaften zu sehen bekam. Ein Saal war immer prächtiger als der andere. Ja, man konnte wohl betäubt werden. Und nun waren sie im Schlafgemach. Die Decke hier glich einer großen Palme mit Blättern von Glas, kostbarem Glas. Und mitten auf dem Fußboden hingen an einem dicken Stängel von Gold zwei Betten, von denen jedes wie eine Lilie aussah. Das eine Bett war weiß, In diesem lag die Prinzessin. Das andere war rot. Und in diesem sollte Gretchen den kleinen Karl suchen. Sie brug eines der roten Blätter zur Seite und da sah sie einen braunen Nacken. Oh, das war Karl! Sie rief ganz laut seinen Namen, hielt die Lampe gegen ihn hin. Die Träume sausten zu Pferde wieder in die Stube herein. Er erwachte, wendete das Haupt und es war nicht der kleine Karl. Der Prinz glich ihm nur im Nacken, aber jung und hübsch war er. Und aus dem weißen Lilienblatt blinzelte die Prinzessin hervor und fragte, was das sei. Da weinte das kleine Gretchen und erzählte ihre ganze Geschichte und alles, was die Krähen für sie getan hatten. Du armes Kind, sagten der Prinz und die Prinzessin, belobten die Krähen und sagten, dass sie gar nicht böse auf sie seien, aber sie sollten es doch nicht wieder tun. Übrigens sollten sie eine Belohnung erhalten. Wollt ihr frei fliegen? fragte die Prinzessin. Oder wollt ihr feste Anstellung als Hofkrähen haben, mit allem, was da in der Küche abfällt? Beide Krähen verneigten sich und baten um feste Anstellung, denn sie gedachten des Alters und sagten, es sei schön, etwas für das Alter zu haben. Der Prinz stand aus seinem Bette auf und ließ Gretchen darin schlafen. Mehr konnte er wirklich nicht tun. Sie faltete ihre kleinen Hände und dachte, wie gut sind die Menschen und Tiere. Und dann schloss sie ihre Augen und schlief sanft. Alle Träume kamen wieder hereingeflogen und da sahen sie wie Gottes Engel aus und sie zogen einen kleinen Schlitten, auf welchem Karl saß und nickte. Aber das Ganze war nur Traum und deshalb war er auch wieder fort, als sie erwachte. Am nächsten Tage wurde sie vom Kopf bis zu Fuß in Seide und Samet gekleidet. Es wurde ihr angeboten, auf dem Schloss zu bleiben und gute Tage zu genießen. Aber sie bat nur um einen kleinen Wagen mit einem Pferd davor und um ein Paar Schuhe. Dann wollte sie wieder in die weite Welt hinausfahren und Karl suchen. Sie erhielt sowohl Schuhe und Muff. Sie wurde niedlich gekleidet und als sie fort wollte, hielt vor der Tür eine neue Kutsche von reinem Gold. Des Prinzen und der Prinzessin Wappen glänzte derselben wie ein Stern. Kutscher, Wiener und Vorreiter, denn da waren auch Vorreiter, saßen mit Goldkronen auf dem Kopfe. Der Prinz und die Prinzessin halfen ihr selbst in den Wagen und wünschten ihr alles Glück. Die Waldkrähe, welche nun verheiratet war, begleitete sie die ersten drei Meilen. Sie saß ihr zur Seite, denn sie konnte nicht ertragen, rückwärts zu fahren. Die andere Krähe stand in der Tür und schlug mit den Flügeln. Sie kam nicht mit, denn sie litt an Kopfschmerzen, zu dem sie feste Anstellung und zu viel zu essen erhalten hatte. Inwendig war die Kutsche mit Zuckerbrezeln gefüttert und im Sitze waren Früchte und Pfeffernüsse. Lebe wohl, lebe wohl, riefen der Prinz und die Prinzessin. Das kleine Gretchen weinte und die Krähe weinte auch. So ging es die ersten Meilen. Da sagte auch die Krähe lebe wohl und das war der schwerste Abschied. Sie flog in einen Baum hinauf und schlug mit ihren schwarzen Flügeln, solange sie den Wagen, welcher wie der klare Sonnenschein glänzte, erblicken konnte. schwarzen sich und Untertitelung des ZDF, 2020 Fünfte Geschichte Das kleine Räubermädchen Sie fuhren durch den dunklen Wald Aber die Kutsche leuchtete gleich einer Fackel Das stach den Räubern in die Augen Das konnten sie nicht ertragen Das ist Gold, das ist Gold Riefen sie, stürzten hervor Ergriffen die Pferde Schlugen die kleinen Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot Und zogen nun das kleine Gretchen aus dem Wagen Sie ist fett Sie ist niedlich Sie ist mit Nusskernen gefüttert Sagte das alte Räuberweib Die einen struppigen Bart Und Augenbrauen hatte Die ihr über die Augen herabhängen Das ist so gut wie ein kleines fettes Lamm Na, wie soll die schmecken? Und dann zog sie ihr blankes Messer heraus Und das glänzte, dass es gräulich war Au! Sagte das Weib zu gleicher Zeit Denn sie wurde von ihrer eigenen Tochter Die ihr auf dem Rücken hing So wild und unartig, dass es eine Lust war In das Ohr gebissen Du hässlicher Beig! Sagte die Mutter Und kam nicht dazu, das Gretchen zu schlachten Sie soll mit mir spielen Sagte das kleine Räubermädchen Sie soll mir ihren Muff Ihr hübsches Kleid geben Bei mir in meinem Bett schlafen Und dabei biss sie wieder Dass das Räuberweib in die Höhe sprang Und sich ringsherum drehte Und alle Räuber lachten und sagten Sie, wie sie mit ihrem Jungen tanzt Ich will in den Wagen hinein Und sie musste und wollte ihren Willen haben Denn sie war verzogen und hartnäckig Sie und Gretchen saßen darinnen Und so fuhren sie über Stock und Stein Tiefer in den Wald hinein Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gretchen Aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut Die Augen waren ganz schwarz Sie sahen fast traurig aus Sie nahm das kleine Gretchen um den Leib und sagte Sie sollen dich nicht schlachten Solange ich dir nicht böse werde Du bist wohl eine Prinzessin Nein, sagte Gretchen Und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte Und wie viel sie vom kleinen Karl hielt Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft Nickte ein wenig mit dem Kopfe und sagte Sie sollen dich nicht schlachten Selbst wenn ich dir böse werde Dann werde ich es schon selbst tun Und dann trocknete sie Gretchens Augen Und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff Der weich und warm war Nun hielt die Kutsche still Sie waren mitten auf dem Hofe eines Räuberschlosses Das von oben bis unten auseinandergebursten war Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern Und die großen Bullenbeißer Von denen ein jeder aussah Als könne er einen Menschen verschlingen Sprangen hoch empor Aber sie bellten nicht Denn das war verboten In dem großen alten verräucherten Saal Brandte mitten auf dem steinernen Fußboden Ein großes Feuer Der Rauch zog unter der Decke hin Und musste sich selbst den Ausweg suchen Ein großer Braukessel mit Suppe kochte Und sowohl Hasen als Kaninchen Wurden an Spießen gebraten Du sollst diese Nacht mit mir Bei allen meinen kleinen Tieren schlafen Sagte das Räubermädchen Sie bekamen zu essen und zu trinken Und gingen dann nach einer Ecke Wo Stroh und Teppiche lagen Oben darüber saßen auf Latten und Stäben Mehr als hundert Tauben Die alle zu schlafen schienen Sich aber doch ein wenig drehten Als die beiden kleinen Mädchen kamen Die gehören mir alle Sagte das kleine Räubermädchen Und ergriff eine der Füße und schüttelte sie Dass sie mit den Flügeln schlug Küsse sie Welches einen kupfernen Ring um den Hals trug Und gebunden war Den müssen wir auch in der Klemme halten Sonst springt er uns fort An jedem Abend kitzle ich ihn mit meinem scharfen Besser Davor fürchtet er sich Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer Aus einer Spalte in der Mauer Und ließ es über des Renntiers Hals hingleiten Das arme Tier schlug mit den Beinen aus Aber das kleine Räubermädchen lachte Und zog dann Gretchen mit in das Bett hinein Willst du das Messer behalten, wenn du schläfst? Fragte Gretchen Und blickte etwas furchtsam nach demselben Ich schlafe immer mit dem Messer Sagte das kleine Räubermädchen Man weiß nie, was vorfallen kann Aber erzähle mir nun wieder Was du mir vorhin von dem kleinen Karl erzähltest Und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist Gretchen erzählte wieder von vorn an Und die Waldtauben knurrten oben im Käfig Und die anderen Tauben schliefen Das kleine Räubermädchen legte ihren Arm um Gretchens Hals Hielt das Messer in der anderen Hand Und schlief, dass man es hören konnte Aber Gretchen konnte ihre Augen nicht schließen Sie wusste nicht, ob sie leben oder sterben würde Die Räuber saßen rings um das Feuer Sangen und tranken Und das Räuberweib schoss Burzelbäume Oh, es war ganz gräulich für das kleine Mädchen mit anzusehen Da sagten die Waldtauben Kure, kure Wir haben den kleinen Karl gesehen Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten Er saß im Wagen der Schneekönigin Welche dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Neste lagen Sie blies auf uns Junge Und außer uns beiden starben alle Kure, kure, kure Was sagt ihr dort oben? Rief Gretchen Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr etwas davon? Sie reiste wahrscheinlich nach Lapland Denn dort ist immer Schnee und Eis Frage das Renntier Welches am Strick angebunden steht Dort ist Eis und Schnee Dort ist es herrlich und gut Sagte das Renntier Dort springt man frei umher In den großen glänzenden Tälern Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt Aber ihr festes Schloss hat sie droben gegen den Nordpol Auf der Insel, die Spitzbergen genannt wird Oh Karl, kleiner Karl Seufzte Gretchen Nun musst du still liegen Sagte das Räubermädchen Sonst stoße ich dir das Messer in den Leib Am anderen Morgen erzählte Gretchen ihr alles Was die Waldtauben gesagt hatten Und das Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus Nickte aber mit dem Kopf und sagte Das ist einerlei Das ist einerlei Weißt du, wo Lapland ist? Fragte sie das Renntier Wer könnte es wohl besser wissen als ich? Sagte das Tier Und die Augen funkelten ihm im Kopf Dort bin ich geboren und erzogen Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen Höre Sagte das Räubermädchen zu Gretchen Du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort Jedoch die Mutter ist noch hier Und sie bleibt zu Hause Gegen Mittag aber Trinkt sie aus der großen Flasche Und schlummert dann ein wenig darauf Dann werde ich etwas für dich tun Nun sprang sie aus dem Bett Fuhr der Mutter um den Hals Zog sie am Knebelbart und sagte Mein einzig lieber Ziegenbock Guten Morgen Die Mutter gab ihr Nasenstüber Dass die Nase rot und blau wurde Aber alles aus lauter Liebe Als die Mutter dann aus der Flasche getrunken hatte Und darauf einschlief Ging das Räubermädchen zum Renntier hin Und sagte Ich könnte große Freude daran haben Dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln Denn dann bist du so passierlich Aber das ist einerlei Ich will deine Schnur lösen Und dir hinaus helfen Damit du nach Lappland laufen kannst Du musst aber tüchtig springen Und dieses kleine Mädchen zum Schloss der Schneekönigin bringen Wo ihr Spielkamerad ist Du hast wohl gehört, was sie erzählte Denn sie sprach laut genug Und du lauschtest Das Renntier sprang vor Freude hoch empor Das Räubermädchen hob das kleine Gretchen hinauf Und hatte die Vorsicht, sie festzubinden Ja sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben Das ist einerlei Sagte sie Da hast du deine Pelzschuhe Denn es wird kalt Aber den Muff behalte ich Der ist gar zu niedlich Darum sollst du doch nicht frieren Hier hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe Die reichen dir gerade bis zum Ellbogen hinauf Zieh sie an Nun siehst du an den Händen Gerade wie meine hässliche Mutter aus Gretchen weinte vor Freude Ich kann nicht leiden, dass du weinst Sagte das kleine Räubermädchen Nun musst du gerade recht froh aussehen Und da hast du zwei Brote Und einen Schinken Dann wirst du nicht hungern Beides wurde hinten auf das Renntier gebunden Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür Lockte alle großen Hunde herein Durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer Und sagte zum Renntier Laufe, aber gib recht auf das kleine Mädchen acht Gretchen streckte die beiden Hände mit den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus Und sagte lieber wohl Und dann flog das Renntier über Stock und Stein davon Durch den großen Wald Über Sümpfe und Steppen So viel es nur konnte Die Wölfe heulten Und die Raben schrien Es war gerade Als sprühte der Himmel Feuer Das sind meine alten Nordlichter Sagte das Rentier Sie Wie sie leuchten Und dann lief es noch schneller davon Nacht und Tag Die Brote wurden verzehrt Der Schinken auch Und dann waren sie in Lappland Sechste Geschichte Die Lappin und die Finnen Vor einem kleinen Hause hielten sie an Es war sehr ärmlich Das Dach ging bis zur Erde hinunter Und die Tür war so niedrig Dass die Familie auf dem Bauch kriechen musste Wenn sie heraus oder hineinkommen wollte Hier war außer einer alten Lappin Welche bei einer Tranlampe Fische kochte Niemand zu Hause Das Rentier erzählte Gretchens ganze Geschichte Aber zuerst seine eigene Denn diese erschien ihm weit wichtiger Und Gretchen war von der Kälte so mitgenommen Dass sie nicht sprechen konnte Ach ihr Armen Sagte die Lappin Da habt ihr noch weit zu laufen Ihr müsst über hundert Meilen weit Nach Finnmarken hinein Denn dort wohnt die Schneekönigin Auf dem Lande Und brennt jeden Abend Und bengalische Flammen Ich werde ein paar Worte Auf einen trockenen Klippfisch schreiben Papier habe ich nicht Den werde ich euch für die Finnen Dort oben mitgeben Die kann euch besser Bescheid erteilen Als ich Und als Gretchen nun erwärmt worden war Und zu essen und zu trinken erhalten hatte Schrieb die Lappin ein paar Worte Auf einen trockenen Klippfisch Bad Gretchen wohl darauf zu achten Band sie wieder auf das Rentier fest Und dieses sprang davon Die ganze Nacht brannten die schönsten blauen Nordlichter Und dann kamen sie nach Finnland Und klopften an den Schornstein der Finnen Denn sie hatte nicht einmal eine Tür Da war eine Hitze drinnen Sodass die Finnen selbst fast ganz nackt gingen Sie war klein Und dabei ganz schmutzig Sie löste gleich die Kleider des kleinen Gretchen auf Zog ihr die Fausthandschuhe und Stiefel aus Denn sonst wäre es ihr zu heiß geworden Legte dem Rentier ein Stück Eis auf den Kopf Und las dann, was auf dem Klippfisch geschrieben stand Sie las es dreimal Und dann wusste sie es auswendig Und steckte den Fisch in den Suppenkessel Denn der konnte ja gut gegessen werden Und sie verschwendete nie etwas Nun erzählte das Rentier zuerst seine Geschichte Dann die des kleinen Gretchen Und die Finnen blinzelte mit den klugen Augen Sagte aber gar nichts Du bist klug Sagte das Rentier Ich weiß Du kannst alle Winde der Welt in einen Zwirnsfaden zusammenbinden Wenn der Schiffer den einen Knoten löst So erhält er guten Wind Löst er den anderen Dann weht es scharf Und löst er den dritten und vierten Dann stürmt es, dass die Wälder umfallen Willst du nicht dem kleinen Mädchen einen Drang geben Dass sie zwölf Männerkraft erhält Und die Schneekönigin überwindet Zwölf Männerkraft? Sagte die Finnen Ja Das würde viel helfen Und dann ging sie nach einem Brette Nahm ein großes zusammengerolltes Fell hervor Und rollte es auf Da waren wunderbare Buchstaben darauf geschrieben Und die Finnen las Dass ihr das Wasser von der Stirn herunterlief Aber das Rentier bat so sehr für das kleine Gretchen Und Gretchen blickte die Finnen Mit so bittenden Augen voller Tränen an Dass diese wieder mit den ihrigen zu blinzeln anfing Und das Rentier in einen Winkel zog Wo sie ihm zuflüsterte Während es wieder frisches Eis auf den Kopf bekam Der kleine Karl Ist noch bei der Schneekönigin Und findet dort alles nach seinem Geschmack und Gefallen Und glaubt, es sei der beste Ort in der Welt Das kommt aber davon Weil er einen Glassplitter in das Herz Und ein kleines Glaskirnchen in das Auge bekommen hat Die müssen zuerst heraus Sonst wird er nie ein Mensch Und die Schneekönigin So gut in der Welt fortgekommen ist Sie kann ihre Macht nicht von uns erhalten Diese sitzt in ihrem Herzen Und besteht darin, dass sie ein liebes, unschuldiges Kind ist Kann sie nicht selbst zur Schneekönigin Und das Glas aus dem kleinen Karl bringen Dann können wir nicht helfen Zwei Meilen von hier Beginnt der Garten der Schneekönigin Dahin kannst du das kleine Mädchen tragen Setze sie beim großen Buscher ab Welcher mit roten Beeren im Schnee steht Verliere aber nicht viele Worte Und spute dich hierher zurückzukommen Damit hob die Finnin das kleine Gretchen auf das Renntier Welches lief, was es konnte Oh, ich bekam meine Schuhe nicht Ich bekam meine Fausthandschuhe nicht Rief das kleine Gretchen in der schneidenden Kälte Aber das Renntier wagte nicht anzuhalten Es lief, bis es zu dem Busche mit den roten Beeren gelangte Da setzte es Gretchen ab Küßte sie auf den Mund Und es liefen einige große Tränen über des Tieres backen Und dann lief es, was es nur konnte, wieder zurück Da stand das arme Gretchen ohne Schuhe Ohne Handschuhe Mitten in dem fürchterlich eiskalten Finnmarken Sie lief vorwärts, so schnell sie konnte Da kam ein ganzes Heer Schneeflocken Aber sie fielen nicht vom Himmel herunter Der war ganz klar und glänzte von Nordlichtern Die Schneeflocken liefen gerade auf der Erde hin Und je näher sie kamen, desto größer wurden sie Gretchen erinnerte sich noch Wie groß und künstlich sie damals ausgesehen hatten Als sie die Schneeflocken durch ein Brennglas betrachtet hatte Aber hier waren sie wahrlich noch viel größer Und fürchterlicher Sie waren lebend Sie waren der Schneekönigin Vorposten Sie hatten die sonderbarsten Gestalten Einige sahen aus wie hässliche große Stachelschweine Andere wie ganze Knoten Gebildet von Schlangen, welche die Köpfe hervorstreckten Und andere wie kleine, dicke Beeren Auf welchen die Haare sich sträubten Alle glänzten weiß Alle waren lebendige Schneeflocken Da betete das kleine Gretchen ihr Vaterunser Und die Kälte war so groß Dass sie ihren eigenen Atem sehen konnte Der stand ihr ganz wie Rauch aus dem Munde Der Atem wurde immer dichter und dichter Und gestaltete sich zu kleinen, klaren Engeln Die mehr und mehr wuchsen Wenn sie die Erde berührten Und alle Helme auf dem Kopf Und Spieß und Schild in den Händen hatten Ihre Anzahl wurde größer und größer Und als Gretchen ihr Vaterunser geendet hatte Da war ein ganzes Heer um sie Sie stach mit ihren Spießen Gegen die gräulichen Schneeflocken So dass diese in hundert Stücke zersprangen Und das kleine Gretchen Ging ganz sicher und froh vorwärts Die Engel liebkosten ihre Hände und Füße Da fühlte sie weniger, wie kalt es war Und ging rasch gegen der Schneekönigin Schloss vor Aber nun wollen wir erst sehen, wie es Karl geht Er dachte freilich nicht an das kleine Gretchen Und am wenigsten, dass sie draußen vor dem Schloss stand Siebente Geschichte Von dem Schlosse der Schneekönigin Und was sie später darin zutrug Des Schlosses Wände waren gebildet von dem treibenden Schnee Und Fenster und Türen von den schneidenden Winden Da waren über hundert Säle Alle wie der Schnee sie zusammentrieb Der größte erstreckte sich mehrere Meilen lang Alle beleuchtet von dem starken Nordlicht Und sie waren leer Eisig Kalt Und glänzend Nie gab es hier Lustbarkeit Nicht einmal einen kleinen Bärenball Wozu der Sturm aufspielen Und die Eisbären auf den Hinterfüßen gehen Und dabei ihre Gebärden hätten zeigen können Nie eine kleine Spielgesellschaft mit Maulkapp Und Tatzenschlag Nie ein klein bisschen Kaffeeklatsch Von den weißen Fuchsfräuleins Leer Groß und kalt War es in den Sälen der Schneekönigin Die Nordlichter flammten so genau Dass man sie zählen konnte Wenn sie am höchsten Und wenn sie am niedrigsten standen Mitten in diesem leeren unendlichen Schneesaale War ein zugefrorener See Der war in tausend Stücke gesprungen Aber jedes Stück war dem anderen so gleich Dass es ein wahres Kunstwerk war Mitten auf diesem saß die Schneekönigin Wenn sie zu Hause war Und dann sagte sie Dass sie im Spiegel des Verstandes sitze Und dass dieser der Einzige Und der Beste in der Welt sei Der kleine Karl war ganz blau vor Kälte Ja fast schwarz Aber er merkte es nicht Denn sie hatte ihm den Frostschauer abgeküsst Und sein Herz glich einem Eisklumpen Er ging und schleppte einige scharfe, flache Eisstücke Die auf alle mögliche Weise aneinander passte Gleich wie wenn wir kleine Holztafeln haben Und diese in Figuren zusammenlegen Was man das chinesische Spiel nennt Karl ging auch und legte Figuren Die allerkünstlichsten Das war das Eisspiel des Verstandes In seinen Augen waren die Figuren ganz ausgezeichnet Und von der höchsten Wichtigkeit Das machte das Glaskirnchen Welches ihm im Auge saß Er legte ganze Figuren Die ein geschriebenes Wort waren Aber nie konnte er es herausbringen Das Wort zu legen Was er gerade haben wollte Das Wort Ewigkeit Und die Schneekönigin hatte gesagt Kannst du die Figur ausfindig machen Dann sollst du dein eigener Herr sein Und ich schenke dir Die ganze Welt Und ein paar neue Schlittschuhe Aber er konnte es nicht Nun sause ich fort nach den warmen Ländern Sagte die Schneekönigin Ich will hinfahren Und in die schwarzen Töpfe hineinsehen Das waren die feuerspeienden Berge Ätna und Vesuv Wie man sie nennt Ich werde sie ein wenig weiß machen Das gehört dazu Das tut den Zitronen und Weintrauben gut Damit flog die Schneekönigin davon Und Karl saß ganz allein In dem viele meilenweiten Großen leeren Eissaal Betrachtete die Eisstücke Und dachte Und dachte Sodass es in ihm knackte Ganz stille und steif saß er Man hätte glauben können Er sei erfroren Da war es Dass das kleine Gretchen Durch das Tor in das Schloss trat Hier herrschten schneidende Winde Aber sie betete ein Abendgebet Und da legten sich die Winde Als ob sie schlafen wollten Und sie trat in die großen Leeren, kalten Säle hinein Da erblickte sie Karl Sie erkannte ihn Sie flog ihm um den Hals Hielt ihn dann fest und rief Karl! Lieber kleiner Karl! Da hab ich dich endlich gefunden! Aber er saß ganz still Steif und kalt Da weinte das kleine Gretchen Heiße Tränen Die fielen auf seine Brust Sie drangen in sein Herz Sie tauten den Eisklumpen auf Und verzehrten das kleine Spiegelstück darin Er betrachtete sie Und sie sang Rosen, die blühen und verwehen Wir werden das Christkindlein sehen Da brach Karl in Tränen aus Er weinte Dass das Spiegelkörnchen aus dem Auge schwamm Er erkannte sie Und jubelte Gretchen Liebes kleines Gretchen Wo bist du doch so lange gewesen? Und wo bin ich gewesen? Und er blickte rings um sich her Wie kalt ist es hier? Wie es hier weit und leer ist Und er klammerte sich an Gretchen an Und sie lachte und weinte vor Freude Das war so herrlich Dass selbst die Eisstücke vor Freude Ringsumher tanzten Und als sie müde waren Und sich niederlegten Lagen sie gerade in den Buchstaben Von denen die Schneekönigin gesagt hatte Dass er sie ausfindig machen sollte Dann sei er sein eigener Herr Und sie wolle ihm die ganze Welt Und ein paar neue Schlittschuhe geben Gretchen küßte seine Wangen Und sie wurden blühend Sie küßte seine Augen Und sie leuchteten gleich den ihren Sie küßte seine Hände und Füße Und er war gesund und munter Die Schneekönigin mochte nun nach Hause kommen Sein Freibrief stand da Mit glänzenden Eisstücken geschrieben Sie fassten einander an den Händen Und wanderten aus dem großen Schloss hinaus Sie sprachen von der Großmutter Und von den Rosen auf dem Dache Und wo sie gingen Ruhten die Winde Und die Sonne brach hervor Als sie den Busch mit den roten Beeren erreichten Stand das Rentier da Und wartete Es hatte ein anderes junges Rentier mit sich Dessen Euter voll war Und dieses gab dem Kleinen seine warme Milch Und küßte sie auf den Mund Dann trugen sie Karl und Gretchen erst zur Finnin Wo sie sich in der heißen Stube aufwärmten Und über die Heimreise Bescheid erhielten Dann zur Lappin Welche ihnen neue Kleider genäht Und ihren Schlitten instand gesetzt hatte Das Rentier und das Junge sprangen zur Seite Und folgten mit Bis zur Grenze des Landes Dort spruste das erste Grün hervor Da nahmen sie Abschied vom Rentier und von der Lappin Lebt wohl Sagten alle Und die ersten kleinen Vögel begannen zu zwitschern Der Wald hatte grüne Knospen Und aus ihm kam auf einem prächtigen Pferde Welches Gretchen kannte Es war vor die goldene Kutsche gespannt gewesen Ein junges Mädchen geritten Mit einer glänzenden roten Mütze auf dem Kopf Und Pistolen im Halfter Das war das kleine Räubermädchen Welche es satt hatte zu Hause zu sein Und nun erst gegen Norden Und später, wenn er dies zusagte Noch einer anderen Weltgegend hin wollte Sie erkannte Gretchen sogleich Und Gretchen erkannte sie Das war eine Freude Du bist ein wahrer Künstler im Herumstreifen Sagte sie zum kleinen Karl Ich möchte wissen, ob du verdienst Dass man deine Teilen bis ans Ende der Welt läuft Aber Gretchen klopfte ihr die Wangen Und fragte nach dem Prinzen und der Prinzessin Die sind nach fremden Ländern gereist Sagte das Räubermädchen Aber die Krähe? Fragte Gretchen Ja, die Krähe ist tot Erwiderte sie Die zahme Geliebte ist Witwe geworden Und geht mit einem Stückchen schwarzen Wollenen Garn um das Bein Sie klagt ganz jämmerlich Und geschwätz ist das Ganze Aber erzähle mir nun, wie es dir ergangen ist Und wie du ihn erwischt hast Gretchen und Karl erzählten Das Räubermädchen nahm beide bei den Händen Und versprach, dass, wenn sie je durch ihre Stadt kommen sollte So wolle sie hinaufkommen, sie zu besuchen Und dann ritt sie in die weite Welt hinaus Aber Karl und Gretchen gingen Hand in Hand Und wie sie gingen War es herrlicher Frühling Mit Blumen und mit Grün Die Kirchenglocken läuteten Und sie erkannten die hohen Türme Die große Stadt Es war die, in der sie wohnten Und sie gingen in dieselbe hinein Und hin zu der Tür der Großmutter Die Treppe hinauf In die Stube hinein Wo alles wie früher Auf derselben Stelle stand Die Uhr sagte Tick-Tack Und die Zeiger drehten sich Aber indem sie durch die Tür gingen Bemerkten sie Dass sie erwachsene Menschen geworden waren Die Rosen aus der Dachrinne Blühten zum offenen Fenster herein Und da standen noch die kleinen Kinderstühle Karl und Gretchen setzten sich ein jeder auf den Seinigen Und hielten einander bei den Händen Die kalte, leere Herrlichkeit bei der Schneekönigin Hatten sie gleich in einem schweren Traum vergessen Die Großmutter Saß in Gottes hellem Sonnenschein Und las laut aus der Bibel Werdet ihr nicht wie die Kinder So werdet ihr das Reich Gottes nicht erben Karl und Gretchen sahen einander in die Augen Und sie verstanden auf einmal den alten Gesang Rosen, die blühen und verwehen Wir werden das Christkindlein sehen Da saßen sie beide Erwachsen Und doch Kinder 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 im Herzen Und es war Sommer Warmer Wohltuender Sommer er Williams Saiz Erwachsen Jar ушка 当 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020